Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Vala Morghulis und herzlich willkommen zu dieser neuesten Sitzung des kleinen Rates hier beim Tele-Stammtisch. Anlässlich der zweiten Staffel von House of the Dragon, die am 17. Juni endlich in den Startlöchern steht. Und wir begleiten das Ganze natürlich auch wie vor zwei Jahren mit besonders ausschweifenden Episoden-Recaps, wo wir wirklich jetzt zwar nicht in jedes Detail der Kostüme mit Diskussionen hineingehen, aber vielleicht doch ein bisschen. Ich bin nicht der Paul wie vor zwei Jahren, man hat mich damals aber auch gehört. Ich bin der Dom und der Paul wird eventuell bei einigen vollen ja auch mit zugegen sein, aber ich habe mir trotzdem zwei Gäste dazu geholt. Einer war schon mal bei House of the Dragon am Start. Das wäre zum einen der Manuel. Vala Duheres. Hallo. Oh. Jetzt muss der andere mit was ähnlich gutem um die Ecke kommen. Äh, ja, alle Männer müssen sterben. Äh, bahnfrei für David, grüß dich. Ich bleib bei meinem Servus. Ist ja auch irgendwas mit Äh. Ja, ja. Servus. Ja, pass doch. Servus. Ja, obwohl dann klingt so ein bisschen wie Ser-Sey vielleicht, ne? Ja, äh, ne, freut mich sehr. Wir hatten ja die Möglichkeit, äh, die ersten, ja gut, ich habe schon die ersten zwei Folgen gesehen, aber wir bekommen das Ganze vorab. Jetzt, wie ich habe, Leute hören, äh, sogar die Hälfte der Staffel, aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Ich freue mich jedenfalls sehr, weil, äh, ich wahnsinnig Spaß habe an diesen Recap-Besprechungen. Das ist mit das Allerliebste, was ich tue und insbesondere zu Game of Thrones, House of the Dragon, äh, muss ich mich hier, glaube ich, nicht mehr erklären. Wer das aber gerne mal machen darf, David, bist du. Wie stehst du denn so generell zu Game of Thrones und, äh, auch zur ersten Staffel von House of the Dragon? Äh, Game of Thrones war ja ein absolutes Phänomen damals. Ich bin aber da später eingestiegen. Also alle hatten das schon geguckt, äh, da ging es mir irgendwie wie bei Lost. Jeder hatte da schon geguckt, aber ich bin dann irgendwie erst eingestiegen. Ich glaube, da lief dann hier schon Staffel zwei. Und war, weil Fantasy eigentlich nicht so mein Genre ist und so mittelalter Zeugs. Äh, ich habe es aber dann geguckt und ich war sehr fasziniert davon, einfach, weil es für damalige Verhältnisse einfach mal endlich mal was anderes war. Nicht so stark vorhersehbar. Äh, die Intrigen waren gut. Die, äh, die Sex-Szenen anfangs, ne, haben natürlich auch ein bisschen gelockt und das typische HBO-Markenzeichen zur damaligen Zeit, dass man auch ein bisschen was sieht und es nicht immer gleich weggeblendet wird. Sex und Gewalt. Das hat richtig gezogen und dann war ich auch bis zum Ende dabei. Ja, ich fand beim Erstwatch dann so die letzte Staffel auch nicht so doll von Game of Thrones. Mittlerweile habe ich die aber jetzt ein paar Mal rewatcht und muss sagen, jetzt finde ich die eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mag das sogar, dass sie jetzt so schnell ist, weil man jetzt eh schon alles weiß. Ja, man weiß ja eh schon, was passiert und so und dann brauche ich das nicht, dass ich jetzt noch fünf Staffeln mir angucken muss, wie jemand von A nach B reitet. Jetzt sind sie halt sofort dorthin gebeamt. Das finde ich jetzt so bei Rewatches ganz angenehm tatsächlich. Und ich bin immer skeptisch, wenn es dann heißt, klar, die Kuh muss gemolken werden und dann kommt ein Haus aus der Dragon, wurde angekündigt. Und da dachte ich mir so, hm, ja, will ich das sehen? Aber ich habe mir das angeguckt und war da auch sofort wieder drin irgendwie in diesem Thema. Und es war ja auch wieder sehr, sehr gutes Production-Design. Also es war wieder sehr, sehr hochwertig. War alles drin, alles dran und hat mich gecatcht. Und ich habe mich jetzt auch wirklich sehr, sehr gefreut, dass die zweite Staffel jetzt nach zwei Jahren pünktlich kommt. Manuel, du warst ja damals bei unserem Staffel-Recap dabei zur ersten Staffel und warst ja gar nicht mal so begeistert, glaube ich, an manchen Stellen. Also du fandst die Serie, glaube ich, schon gut, aber hast dann noch so Luft nach oben gesehen. Wie ist das jetzt so zwei Jahre im Nachgang bei dir? Was ist so hängen geblieben oder hat sich vielleicht noch mal was verändert vom Meinungsbild her bei dir? Also ich habe auf jeden Fall extrem Bock. Das können wir schon mal festhalten. Weil, wie ich auch damals schon gesagt habe, ich finde es auch so ein bisschen, wie David gesagt hat, Spin-Off und Kuhmelken. Ich bin da und war da erst mal skeptisch und finde das auch immer ein bisschen schwierig. Natürlich, aber ins Game of Thrones-Universum einzutauchen, ist halt einfach derbe spaßig. Und das heißt, ich hatte damals auch schon Lust und fand damals so ein bisschen, die erste Staffel war einfach so ein bisschen Geschichtsbuch. Ich habe mich halt gefragt, okay, reicht das aus, um mir irgendwie hier eine interessante Geschichte zu erzählen, außer es geht jetzt hier um den und den Thronfolger, der kommen muss. Und der hat fünf Kinder und jetzt kommt der dritte. Aber der zweite wird noch um die Ecke gebracht und dann kommen wir aber noch in eine andere Familie und der kommt noch so. Und das fand ich so ein bisschen bei der ersten Staffel. Und es gab ja so auch Höhepunkte, die so ein bisschen bei Game of Thrones abgekupfert waren. Da war noch vielleicht ein bisschen wenig Eigenständiges dabei. Und es gab halt relativ wenig Action, sag ich mal, was man so ein bisschen vielleicht erwartet hatte. Ja. Aber gegen Ende wurde man dann natürlich von dir oder anderen, die wissen, was kommt, halt schon sehr hart angeteasert, dass ab jetzt es eigentlich nur noch abgeht. Ja. Und mal gucken, wie schnell sich das jetzt dann so entwickelt. Aber deswegen habe ich auf jeden Fall schon sehr Bock jetzt auf die zweite Staffel. Okay. Aber die muss jetzt auch liefern. Also ich hatte das noch im Hinterkopf, was du gesagt hattest, im Hinblick auf Action vor allem und Tempo. Und dann hatte ich mich schon so ein bisschen gewundert, dass du dich jetzt für die Folge hier gemeldet hattest. Weil wenn man Game of Thrones kennt, die neunte Folge einer Staffel Game of Thrones ist ja immer so der Dampfhammer schlechthin. Die zehnte ist dann zwar auch sehr gut, ist aber auch immer viel Setup. Und die Auftaktfolge einer Staffel ist dann aber immer sehr, sehr ruhig. Da ist dann halt immer so ein bisschen Aftermath und wir stellen neue Schachfiguren auf und so weiter und so fort. Also die Auftaktfolgen sind meistens echt nicht spektakulär gewesen bei Game of Thrones. Und das kann man auch schon mal sagen, setzt sich durchaus auch fort bei House of the Dragon. Generell ist ja so durch den Äther gegangen zuletzt. Also ob ihr das jetzt so mitbekommen habt, weiß ich nicht. Aber es wurde ja schon verlautbart, dass die zweite Staffel sich schon anders anfühlen wird. Also Ryan Condell hat wirklich gesagt, die erste Staffel war halt so, ja, Rhaenyra musste schnell erwachsen werden, musste Kinder kriegen. Die Kinder mussten Kinder kriegen und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir aber in die Vollen. Da hatte ich jetzt gesehen, er hatte die Staffel bezeichnet, ab der ersten Folge wird eigentlich eine Zündschnur angefacht. Und die Lunte wird dann halt immer kürzer im Verlaufe. Und zwischendurch gibt es so kleine Sprengungen und Explosionen. Und wenn man dann hier die Folge gesehen hat oder auch schon dann die zweite, dann weiß man auch, glaube ich, ein bisschen, was er damit meint. Das große Finale kommt also im Finale. Na toll. Wahrscheinlich, ja. Oder Folge sieben. Ja, aber nur noch ganz kurz zum Klarstellen, wenn ich, Action ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber ich mag es ja auch, Game of Thrones ist ja auch teilweise langsam erzählt, gerade am Anfang. Und das ist ja jetzt nicht so, als würde jede Folge hier voll gewesen sein mit Action. Aber es ist halt, es gab viel mehr Schauplätze und Szenerien, durch die man Abwechslung hatte und einfach mehr passiert war. Das war jetzt hier halt einfach nicht so. Das wird jetzt aber mit dieser Staffel tatsächlich kommen. Ich bin gespannt, wie sich das mit dem Tempo entwickeln wird, weil das müssen wir ja dazu sagen. Die Staffel ist ja kürzer diesmal. Wir haben in Anführungsstrichen nur acht Folgen. Das ist ja bei vielen auch schon wieder nicht so toll angekommen, weil man weiß ja, die letzten Staffeln Game of Thrones wurden ja auch verkürzt. Wobei die in Relation zu denen, die noch zehn Episoden hatten, die Staffeln gar nicht mal, von der Gesamtlaufzeit war das gar nicht mal so ein Unterschied. Aber das nur am Rande. Ja, wir starten auf jeden Fall durch mit der ersten Folge, die da heißt A Sun for a Sun. Ich, also der deutsche Titel ist ja noch nicht raus, aber ich würde es jetzt mal einen Sohn für einen Sohn übernehmen, kann man dann gerne sagen. Ihr bekommt ja das hier auf die Ohren, wenn die Folge bereits gelaufen ist. Wenn ihr die dann geschaut habt, könnt ihr hier gerne weiterhören. Denn das ist, kann ich nur noch mal sagen, ein reines Spoiler-Format. Also wir werden hier wirklich komplett den Inhalt der Folge durchgehen. Ich werde hin und wieder kleine Referenzen auf die Bücher mit einfließen lassen. Und ansonsten, ja, gehen wir halt eben auf die Sachen ein, die es hergibt. Also Inszenierung, Schauspiel etc. etc. Schauen wir mal, wo das hinführt. Und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich dann ins Recap hineinspringen. A Sun of a Sun inszeniert von jemandem, den wir auch schon von Game of Thrones kennen, nämlich Alan Taylor. Ist auch Veteran einiger Episoden. Hat allerdings auch in der siebten Staffel die sehr, sehr umstrittene Episode jenseits der Mauer gedreht. Aber es war schon länger bekannt, dass er jetzt hier am Start ist. Drehbuch Ryan Kondel. Ja, wir haben ja diese Screener vorab bekommen. Freundlicherweise an der Stelle auch noch mal vielen Dank. Ich habe es irgendwie um, ja, die kam relativ spät bei uns reingerauscht letzte Woche abends. Und ich habe es mir aber nicht nehmen lassen, die sofort zu gucken. Und ja, ich war dann überhaupt nicht gefasst auf das, was ich bekommen würde. Denn ein großer Kritikpunkt, sowohl Licht als auch Schatten zugleich, war das neue Intro der Serie. Insofern Licht, dass es ziemlich toll gestaltet war. Insofern Schatten, dass es einfach nur mit der alten Musik war. Und hier hatte ich einen ähnlichen Effekt, allerdings sehr, sehr viel positiver. Denn wir haben, und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, wir haben hier wirklich ein komplett brandneues Intro. Wie hat das euch gefallen oder wie war eure Reaktion, als ihr gecheckt habt, dass das wirklich brandneu ist? Ich muss schon mal zu meiner Schande gestehen, ich konnte auf das Intro nicht achten. Ich hatte den Screener gerade angemacht und dann hat es bei mir geklingelt und ich musste zur Tür. Zurückstellen, da habe ich mich nicht getraut. Ich fand es saugeil. Ja. Ich fand, ich habe es gesehen und dachte mir, alter, das sieht so geil aus. Das ist ja halt so ein, weiß ich nicht, so ein Flaggenstoff oder so, aus dem dann irgendwie die Szenerien, Gebäude und was auch immer halt gewebt werden, Figuren und so. Und man fliegt da so drüber mit einem Kameraschwingen. Ich fand, das sah einfach nur absolut genial aus. Also da war ich, habe ich gesehen und das war so eins der Sachen, wo ich dachte, okay, geht gut los. Man ist sofort drin. Also es ist auch noch mehr, würde ich sagen, Intro wirklich zu einer richtigen Targaryenserie, weil diese, diese Stickereien und Reliefs, die wir da sehen, die erzählen tatsächlich wirklich die Vorgeschichte des Hauses Targaryen. Also wird kurz angedeutet, wie die auf Valyria die Drachen gezähmt haben, wie Valyria untergegangen ist in so einem Vulkanausbruch und dem anschließenden Feuersturm. Dann Aegons Eroberung von Westeros und dann bis zu, ja, König Jaehaerys, dem großen Rat und dann eben den Konflikt zwischen den beiden Thronanwärtern Rhaenyra und Aegon. Und ja, ich habe da wirklich, also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich mache das an und ich denke, ich spinne. Und ich war, ich war wirklich, also das Intro an sich, das kriegt eine Kusshand von mir. Aber es ist wirklich, es ist wieder dasselbe. Sie haben tatsächlich gleiche Musik. Ich verstehe es einfach nicht, wirklich. Ja, aber ganz ehrlich, hast du da jetzt erwartet, dass sich was ändert? Da hatten wir ja zumindest im Recap, Staffel Recap noch drüber geredet. Ihr wahrscheinlich auch in den einzelnen Episoden Recaps. Und ich meine, wenn sich deiner ersten Staffel nichts geändert hat, da wird sich doch jetzt auch nichts mehr ändern. Also habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja gut, ich habe halt auch nicht erwartet, dass sie ein komplett neues Intro zaubern. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie da nochmal halt doch an der Musik schrauben. Weil ich glaube nicht, dass es an Ramin Djawadi liegt, sondern ja, also bei der ersten Staffel konnte man noch damit entschuldigen. Ich hatte ja schon erwähnt, das wurde ja wirklich auf den allerletzten Drücker fertiggestellt. Und da konnte ich mir dann noch so sagen, so ja, sie haben das irgendwie gemacht. Und dann auch, ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr in Musik, also klatschen wir die Alte drüber. Aber hier verstehe ich es einfach nicht. Wobei ich dem Ganzen zugutehalten muss. Also bei der ersten Staffel hatte mich gestört, man merkt, dass die Musik eigentlich für ein ganz anderes Intro geschrieben wurde. Und hier hatte man jetzt das Gefühl, dass sie sich an der Musik orientieren konnten, als sie es erstellt haben. Also da war es dann jetzt halt genau umgekehrt gegenüber der ersten Staffel. Das ist immer noch ein kleiner Wermutstropfen. Also nicht vollkommen ausschlaggebend, aber es ist immer noch so ein kleines Ärgernis, weil es die Serie in meinen Augen immer noch daran hindert, wirklich da ganz und gar Eigenleben zu entwickeln. Also die steht sich damit irgendwo selber im Weg. Aber nichtsdestotrotz werden hier wirklich, also visuell wird man hier verwöhnt. Das ist eventuell wirklich eines der schönsten Intros, die ich seit langem gesehen habe. Ja, meinst du, das wird sich ändern mit, ich weiß nicht, späteren Episoden oder so, wenn Dinge passiert sind, wie sich ja manchmal Game of Thrones Intros halt geändert haben. Aber wenn du sagst, das habe ich jetzt, so tief stecke ich nicht drin, aber wenn du sagst, dass im Grunde jetzt viel der Targaryen Geschichte erzählt wird, das ist ja dann alles schon vergangen. Das heißt, das wäre vielleicht, wird sich nicht unbedingt ändern, ne? Nee, bei der ersten Staffel hat sich's ja auch mal geändert, ne? Also je nachdem, welche Blutlinien da versiegt sind und so. Und das war ja auch schön gestaltet, aber hier, also von mir aus können sie ja auch das Intro hier für immer beibehalten, deswegen ist das so schweinegeil. Ja, David, da hast du was verpasst. Ja, ich habe es, tatsächlich bereue ich es jetzt ein bisschen, aber ich bin, ich muss mich outen, ich bin so ein Intro-Skipper auch, wenn ich andere Serien gucke. Oh, nee. Und bei Game of Thrones habe ich es ab und an mir angeguckt, das Intro, weil, das fand ich eben spannend, dass es ja tatsächlich dann immer so leicht anders war und man konnte dann daraus ableiten, wo geht's denn heute in der Folge hin? Und das fand ich dann wieder toll, aber mir sind dann, ich mag's dann doch eher kurz so. Ich fand das damals, als Lost dieses kurze Intro eingeführt hatte einfach, ich fand das damals geil. Da dachte ich mir, endlich rein. Anderdings habe ich mir auch mal ein paar Lost-Folgen dann später mal rewatcht. Dauert es eine Viertelstunde, dass da noch Namen eingeblendet werden die ganze Zeit. Das hat mich dann auch genervt. Ja. Die Folge läuft schon und ständig wird irgendein Name noch eingeblendet. Das finde ich dann auch wieder ätzend. Dann doch lieber vielleicht ein Intro, das man skippen kann, wo alles einmal eingeblendet wird und dann habe ich meine Ruhe, um die Folge in Ruhe zu gucken. Also Game of Thrones, würde ich sagen, ist das eine Intro, was man nicht skippt. Ja, das, ich glaube, ich habe es wirklich noch nie geskippt. Also das hat sich ja auch wirklich, also Staffel 8 kann man ja, ist ja weitlich drauf eingeprügelt worden, aber das Intro ist sowas von großartig. Wirklich, also das hätte ich mir auch schon früher gewünscht. Aber ja, nee, also wirklich, das hier kriegt eine 1 plus mit Sternchen. Freut euch drauf. Das ist wirklich, also ihr werdet nicht mit rechnen oder gerechnet haben. Wahrscheinlich dann eher haben, wenn ihr das hier überhaupt noch hört. Aber ja, es ist so ein kleines Quäntchen fehlt noch, auch wenn ich, es ist halt immer noch Meckern auf hohem Niveau, weil es ist halt immer noch das fucking Game of Thrones Theme und es ist halt verdammt nochmal ikonisch, ne? Also kann man nicht anders sagen. Und leider geil. Ja, dann springen wir aber doch mal in die eigentliche Folge rein. Und auch da gibt es ein, ja, erst visuelles und dann auch akustisches Wiedersehen. Und das war für mich auch, also ich weiß nicht, wie es euch ging bei der ersten Folge von House of the Dragon, also der ersten Staffel. Für mich war das wirklich so nach Hause kommen. Also wirklich schon die allererste Szene, auch wenn das eigentlich ein Flashback war oder was gezeigt hat, was man eigentlich so noch nie wirklich gesehen hat. Aber ich war einfach sofort drin in dieser Stimmung, in dieser Stilistik, in dieser Welt. Und hier wurde ich auch wirklich direkt, ich meide eigentlich sonst diese Phrase, abgeholt. Wie ging es da euch? Also das war die Szene, die mich tatsächlich, wo ich dann sofort drin war. Ich fand das ja auch toll, wie dieser Falke, da ist ja dieser Falke, der fliegt dann über die ganzen Landschaften. Und ich fand erst mal, ich achte dann auch sowas wie ist der, die werden ja keinen echten Falken wahrscheinlich gehabt haben, den sie hinterher fliegen mit der Drohne, sondern da haben sie ja was. Ja, es ist ein Rabe, glaube ich. Ist es ein Rabe sogar? Okay. Auf meinem kleinen Bild. Ja, ja. Es ist nicht Bran. Auf jeden Fall sah das, das sah einfach toll aus und dann diese hügelige Landschaft und so und Game of Thrones beziehungsweise The House of the Dragon hat ja schon vom Color Grading schon so einen Look, du weißt sofort, welche Serie du da gerade guckst oder in welchem Franchise du steckst. Ja. Und das finde ich so erstaunlich, dass man wirklich, man sieht nur einige wenige Bilder und weiß sofort, okay, ich bin jetzt hier in dieser Welt. Und das haben die direkt von Anfang an sofort hingekriegt von der Lichtstimmung her, von dem Sound, von der Kamera, dann wie sich der Rabe bewegt, wo sie drüber fliegen. Und dann war ich auch schon, da dachte ich, okay, wow, es geht wieder los. Zündschlüssel ist gesteckt, der Motor wird jetzt angemacht. Schneide euch an. Ja, weil du hast das Intro ja verpasst, da war das jetzt dann. Genau, da war das mein. Ja, fand ich auch. Es hat mich auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe tatsächlich Game of Thrones nie gerewatcht, muss ich irgendwann mal machen, aber wenn ich mich richtig erinnere an die allererste Folge Game of Thrones, dann startet die doch auch in so einem Wald und man sieht die Nightwalker und so und man, ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen eine Reminiscence an die erste Folge damals aus Game of Thrones. Mit den Reitern, glaube ich, startet die erste Game of Thrones Folge, oder? Oder, ja, irgendwie sowas. Ja, trotzdem, ja, ja, die, die hinter die Mauer gehen, ne, aber es ist ja trotzdem auch im Norden. Ja, gut, wir sind an der Mauer, sagen wir es mal so, auf der Mauer, auf der Lauer. Aber, nee, also, für mich war es wirklich, ich sah nur diesen Wald, ich wusste sofort, wir sind im Norden, ich höre das Stark-Theme, was sehr, sehr schön eingespielt wird an der Stelle. Aber wir haben trotzdem keinen Schnee, das heißt, es ist ja auch nicht, also, es ist ja nicht direkt im Winter diesmal, ne, sonst kennen wir das ja wirklich, ja gut, aus der ersten Staffel Game of Thrones nicht, aber Winterfell im Winter gab's dann ja spätestens so ab Staffel 6, glaube ich, ne. Weil der Wintereinbruch ist ja im Norden sehr viel früher als in den anderen Königslanden. Und wir kriegen auch eine wirklich schöne Totale von Winterfell. Ja, da wurde ich halt, es ist, es ist natürlich, eigentlich ist es eine Member-Barry. Eigentlich ist es auch so ein Fanservice irgendwie. Also, ich dachte schon, dass so, aber ich, man erinnert sich ja dran, dass das ja in der ersten Staffel ja quasi in der letzten Folge auch angeteasert worden ist, jetzt geht's nach Winterfell. Und da erinnert man sich dann auch sofort dran, denkt sich, oh, geil, geil, endlich, irgendwie, ne, das, weil man fühlt sich ja schon immer irgendwie, wir sind zwar die ganze Zeit in Königsmund, aber irgendwie ist man ja schon, also ich zumindest immer noch irgendwie so haustark die ganze Zeit, weil man mit dem so mitgefiebert hat und man freut sich einfach, wenn man da mal wieder hinguckt und man schaut so, wie ging's denn so, wie geht's denn jetzt, was entwickelt sich da, auch wenn's eher so eine Side-Story ist. Du kannst das auch so als Ansage sehen, ne, hatten wir ja gerade eben schon gesagt, oder Manu, hattest du, glaube ich, gemeint, ne, dass das, also die erste Staffel ist ja schon sehr King's Landing zentriert, ne, muss man ja sagen. Ja. Und hier ist das eigentlich dann direkt so, wir öffnen mal diese Welt mal wieder ein bisschen weiter und es ist auch dahingehend konsequent, weil die erste Staffel endete ja damit, dass Lucerys Velaryon auf seinem Drachen nach Sturmkapp ging. Und, äh, Jaehaerys, oder ne, Jaehaerys, genau, ja, Jaehaerys heißt er eigentlich, Luke und Jaehaerys heißen die, egal, dass der, äh, zu Lord Kregan Stark geschickt wurde. Und niemand Geringeres kriegen wir hier auch zumindest dann schon mal auf die Ohren und dann auch später auf die Augen. Äh, wirklich ein Off-Kommentar oder Off, äh, Text auf jeden Fall von, äh, Kregan Stark, einem, äh, Vorfahren natürlich, der, äh, darüber siniert, ja, dass, äh, Pflichtopfer ist für sie im Norden und dass die Pflicht grundsätzlich über allem steht, selbst über Blut. Äh, da merkt man halt schon, dass die da eine ganz andere Mentalität haben als zum Beispiel im Süden, ne, wo ja wirklich Blut über alles geht, ne, bei den Adelshäusern. Ja, ich muss gestehen, ich konnte die Off-Stimme tatsächlich gar nicht zuordnen. Vielleicht wurde es ja noch mal gesagt sogar. Mhm. Aber, äh, klang für mich so ein bisschen wie Jon Snow, aber, äh, ja, Quatsch. Aber, äh, ja, danke, dass du es, äh, aufklärst. Dafür bin ich da. Beziehungsweise dafür sind wir hier da. Vielleicht haben ja manche andere da auch noch ein Problem mit, äh, nee, es ist, also du hörst es auch im O-Ton, hörst du es vor allem halt sehr raus, dass die im Norden, die sprechen halt sehr eigenes Englisch nochmal, ne, also, äh, jenseits der Mauer ja nochmal, also hier, äh, Äh, Ygritte, ähm, also hier Rose Leslie klingt im, im Original nochmal einen ganzen Tacken rotziger, weil die halt so diese Schottisch hat, ne. Und hier hörst du es halt schon allein an der Art und Weise des Betons. Wir landen dann im Hof von Winterfell, der sogar ziemlich, ja, belebt ist in dem Moment, was man ja auch wirklich lange schon nicht mehr gesehen hat, also, mit der Musik, ich wurde, ich wurde da echt nostalgisch, es tut mir leid. Und, äh, Kregern führt dann weiter aus, äh, der Norden ist halt das Reich, was sich am meisten verpflichtet sieht und das, deren Verpflichtung reicht noch weiter zurück als alle anderen Eide, die jemals irgendwie geleistet wurden, ne. Also, es ist auch wieder Richtung Nachtwache dann natürlich, also, die waren schon immer die Wächter gegen Kälte und Finsternis. Es ist, äh, wie gesagt, ein sehr belebter Hof und, äh, dort stehen mehrere eben junge Männer aus dem Norden und die reichen so einen kleinen Sack rum, aus dem sie Steine ziehen. Das passt dann ja auch zu dem, was wir dann eben im Off mitgeteilt bekommen, nämlich, dass die Nachtwache sich eine ganze Zeit lang immer halt, äh, zunutze gemacht hat. Und, naja, dass halt Kriminelle und Außenseiter dorthin geschickt wurden, bis dann, äh, der Vorfahre von Kregern, Lord Torrenstag, eine Tradition eingeführt hat, nämlich, dass jeder Zehnte eines Hausstandes, äh, bei Einbruch des Winters grundsätzlich zur Nachtwache geschickt wird. Und das ist dann auch keine Bestrafung, sondern eine Ehre. Und, ja, hier wird es dann ausgelost, die ziehen alle nach und nach die Steine, alle anderen sind weiß und einer ist schwarz und der, äh, den Schwarzen sieht, darf das schwarz anlegen. Und ich fand das eine ziemlich tolle Einführungsszene. Ja, äh, hat mir auch, ja, ich mein, die Einführungsszene war ja so der Rabe und so, aber, äh, genau, das war dann so ein, wie du schon sagst, so ein bisschen nostalgisch, aber, äh, es wird eben so schön rübergebracht, was es halt für eine Tradition und Ehre und was es bedeutet, wirklich für die Nachtwache im, ich sag jetzt mal, zu dienen in dem Fall, ne? Ja. Und, äh, das war, war schön, ja. Ich weiß nicht, ob das so schön ist für die Leute, die den Schwarzen Stein gezogen haben, ob die das dann auch so, ich sag mal, die Propaganda glauben, dass das so alles so eine Ehre ist. Ja, das wird denen ja so verkauft, ne? Aber ich find's schön, dass sich solche Kleinigkeiten so, einfach so nebenher so zeigen. Äh, ich persönlich, äh, weil so lang war die Szene jetzt nicht, sodass ich mir jetzt da ganz schnell ohne viel Vorwissen da jetzt einen Reim drauf machen konnte. Ich wusste, es geht irgendwie um die Nachtwache. Ja. Äh, man muss ja dann auch noch irgendwie lauschen, was da noch so nebenher erzählt wird. Aber grundsätzlich ist das natürlich toll, wenn die auf solche Details, wenn die das so einfließen lassen, tut ja auch nicht weh, wenn man nicht unbedingt das verstanden hat. Ja, und es geht weiter mit den Member Berries, äh, denn wir sehen nicht nur, äh, auch einen sehr vertrauten Anblick, nämlich wie, äh, ja, irgendwelche Anwärter, äh, der Nachtwache zur Mauer ziehen, sondern wir sehen auch die Mauer selber. Und natürlich hören wir auch die berühmteste Tagline der ganzen Serie, nämlich Winter is Coming, während, äh, Kriegernstark und Jace Velaryon, äh, diesen, diesen Fahrstuhl dort hochfahren, den ich immer ziemlich toll fand in der Originalserie. Und, ach Gott, also, ja, es ist natürlich Nostalgie-Bombe ohne Ende, aber ich finde, es wirkt nicht billig oder so. Also, klar, hier, Winter is Coming ist vielleicht ein bisschen viel, aber es passt halt auch alles ins Setting, ne? Also, es ist, es ist Fanservice, aber es ist Fanservice der guten Art, würde ich sagen. Also, ich hab mich gefreut, dass man das wieder sieht. Also, gerade nochmal, ich mein, wir kannten es ja nur noch zerstört. Ja. Und jetzt nochmal zu sehen, wie es, äh, aufgebaut, äh, ausgesehen hat und dann den Aufzug auch nochmal, den hat man, finde ich, in Game of Thrones zwar ein paar Mal gesehen, aber richtig so ein Benutzer, der wurde ja irgendwie nur zweimal benutzt und dann wurde ja nur noch gezeigt. Äh, und das war schön, dass mal wieder ein paar Leute da mitfahren. Ja. Ja. Und dass sie oben stehen und den weiten Blick nochmal rüber. Und ich find's ja auch gut, der hat ja dann auch erklärt, äh, was die Mauer eigentlich abhalten soll, das fand ich eigentlich auch ganz... Das Zitat hab ich mir tatsächlich rausgeschrieben, ja, das war schön. Wie, wie, war das Zitat? Äh, er hat gesagt, äh, so you think my ancestors built a wall to keep out snow in seventies. Oh, ja. Die Gegenfrage, what does it hold out? Ja. Death. Ganz, ganz simpel. Ja, ja, gut, das ist wirklich ein gutes Zitat gewesen. Also, die fahren ja da alles hoch. Äh, Jace ist auch nicht irgendwie wirklich beeindruckt von dem Schnee. Man merkt halt, der hat halt wirklich überhaupt keinen Bezug zu dieser Region. Der ist da noch nie gewesen und, äh, misst dem Ganzen dann auch nicht die Bedeutung bei, die die Nordmänner dem beimessen. Äh, aber Kriegern sagt ihm dann ja, ja, das ist hier nur Spätsommerschnee und im Winter wird hier alles bedeckt sein. Und, äh, erzählt ihm dann auch, dass dort auf der Mauer, ja, deren beide Vorfahren standen. Oder, nee, nee, genau, Jace meint das zu ihm, dass vor hundert Jahren wirklich dort, also, äh, eben der Eroberer, Aegon der Eroberer und, äh, der damalige König des Nordens dort standen. Und Kriegern ist dann aber doch ganz glücklich darüber, dass, äh, Jace ihn, äh, nicht mit seinem Drachen einschüchtern möchte. Sie kommen oben an, dann reden sie tatsächlich auch noch über den Vorfahren. Also, Jace ist der Meinung, dass, äh, Torren Stark lieber gestorben wäre, also, der Vorfahre eben von den Starks lieber gestorben wäre, statt das Knie zu beugen. Und, äh, er hat es eigentlich nur getan, weil er daran geglaubt hat, dass Aegon der Eroberer das Reich irgendwie vereinigen würde gegen eben diese große Bedrohung. Da haben wir eben auch wieder das Lied von Eis und Feuer sehr präsent. Und Jace ist aber in erster Linie da, um, äh, daran zu erinnern. Also, zum einen wird ja diese Bedrohung für das Reich eigentlich sehr vergessen, aber zum anderen will er eben auch an die Eide erinnern, die man König Viserys und auch dessen Erben, äh, geschworen hat. Und, äh, damit dem Reichkriegern meint dann auch zu ihm, ja, die Starks vergessen keine Eide, ne? Hier im Norden ist das alles nochmal sehr viel weiter verwurzelt. Jace meint dann aber, ja, während ihr hier die Mauer bewacht und den Schnee und irgendwelche Wilden usurpieren die den Thron im Süden. Also, man, man merkt wirklich, die kommen beide aus sehr, sehr verschiedenen Welten und die prallen aufeinander, aber dennoch merkt man dann doch sehr schnell, was sie, was sie eint irgendwo dann in ihrem Bestreben. ihrer Pflicht nachzukommen jeweils, ne? Ja, ich, ich hatte, ich fand, weil man ja auch sehr so einfach bildgewaltig die ganze Zeit auch geguckt hat und so. Ja. Äh, muss ich sagen, fand ich's echt schwer, mit nur einmal schauen, äh, die ganzen Details mitzunehmen. Von daher nochmal, äh, danke, dass du das nochmal so ein bisschen aufbereitest. Du hast es ja auch zweimal gesehen. Ja, ich muss, ich muss auch jede Folge zweimal sehen, aus Gründen, ja. Und ich, ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, eine Sache, die ich stark mitgenommen habe, war wirklich nochmal, was du am Ende sagtest, so, ja, es ist nochmal einfach, um dran zu erinnern, was so die Verbündeten sind, die es gibt, wer ist für wen da, ne? Es gibt hier tausende, äh, Graubärte, die bereit sind und, äh, da das nochmal so ein bisschen aufzunehmen und so Bündnisse halt aufzuf... oder zumindest, äh, für uns nochmal so aufzufrischen. Also mir fiel's da auch tatsächlich ein bisschen schwer, äh, dem ganzen Gespräch dann immer so zu folgen, weil einige Anspielungen eben auf die Vergangenheit sind oder zurück zu Game of Thrones, die man dann nicht immer sofort parat hatte oder hat. Deswegen fand ich dann natürlich auch die Szene dann so stark, wo er erklärt, wofür die Mauer nochmal ist und quasi noch so ein bisschen patriotisch die Mauer anzupreisen. Was ich auch nicht verstanden habe und vielleicht könnt ihr mir das aufklären, das war Gregor Stark jetzt ein Teil der Nachtwache, also war er einer, der da jetzt schon diente oder hat er einfach einen Ausflug zusammen mit, äh, mit Shakeris dorthin gemacht? Weil das war mir nicht so klar. Ich wusste nicht, ist er ein Abgesandter, der dort in der Nachtwache jetzt schon arbeiten muss quasi als, 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 als Führer oder ist er ein Erbestarks, der da zusammen einfach sie nur betrachtet und Besuch dort abstattet? Also ich denke, er ist zu der Zeit schon Lord von Winterfell und, äh, dementsprechend ist er nicht bei der Nachtwache. Er zeigt, glaube ich, nur generell, wie die das dort befestigt haben und führt ihm das vor Augen. Es ist gut möglich, dass irgendwie jemand aus seinem Haus stand oder vielleicht sogar ein Sohn von ihm da zur Nachtwache auch gegangen ist, aber er selber ist Lord von Winterfell, ganz eindeutig. Ja, aber ich war mir nicht sicher, weil er verspricht ja dann 3000 Mann oder sagt, er könnte so 3000 Mann entbehren und da war ich mir nicht sicher, verspricht er jetzt Leute aus der Nachtwache, da würde er sich ja, da würde er sich ja drüber freuen, wenn er so Kleinkriminelle und sowas kriegt für den Krieg oder echte Männer jetzt aus Winterfell. Ähm, er hat ja, also, Kriegern ist ja auch da sehr nostalgisch, eigentlich ähnlich wie Jace, dass er irgendwie darüber redet, ja, hier, äh, König Jaehaerys war auch mal hier mit seiner Schwester Gemahlin Alisan und, äh, wir haben ihr dann die, die Mauer gezeigt und, also ich, ich fand das auch eine wahnsinnig atmosphärische Szene. Ich war, boah, ich war echt so in diesem Setting drin und als dann auch noch das, das White Walkers Thema angespielt wird von, äh, von Ramin Djawadi, ach, es, es war wirklich schön, was mich nur so ein bisschen rausgerissen hat. Ich, äh, also ich, ich hab ja die erste Staffel vorher natürlich nochmal geguckt und, äh, der Schauspieler von Jace, ich war im Moment da überlegen, ob das der gleiche ist, weil, äh, ich weiß nicht, ob's nur mir so ging, aber aus irgendeinem Grund hatte ich so Paul Atreides-Vibes bei dem. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, die, ob es, ob es jetzt irgendwie der Lockenkopf ist oder, äh, weil der sah halt in der ersten Staffel nicht so aus, ne, der Schauspieler ist vielleicht auch hochgesprochen, äh, hochgesprochen, keine Ahnung, aber. Ja, da können vielleicht zwei Jahre nochmal viel machen, ne. Ja, ja, genau, genau und, äh, und tolle Szene, sie werden dann ja unterbrochen, äh, von einem Raben, äh, aus Dragonstone, also, äh, man muss sich ja klar machen, Jace weiß ja noch gar nicht. Was mit seinem, äh, Zwillingsbruder Luceres passiert ist, äh, und da haben wir dann auch die Überleitung, denn wir fliegen direkt nach Dragonstone und etwas kommt auch geflogen zu Dragonstone, nämlich, dass der Drache Melis, der Rhaenys trägt, die, äh, wir ja noch aus der ersten Staffel kennen. Und wir kriegen ja erstmals was zu sehen, ich kann mich irren, aber ich glaube, das haben wir so noch nicht erlebt, äh, die Stelle, wo bei Dragonstone die, die Drachen landen und das ist irgendwie unterirdisch in der Höhle oder so, ne. Ja, ich hatte auch sofort so U-Bahn-Vibes, ich dachte, das ist ja cool, die haben so einen Drachenbahnhof irgendwie. Ja. Und dann landet der, man steigt aus und so und dann kommt die Durchsage, nächster Drache in zehn Minuten. Ja. Ja, aber, aber was das ja auch für ein Aufwand sein muss, wenn man sich jetzt mal in die Welt hineinversetzt, sowas zu bauen und zu sagen, ja, das sind wir unsere Drachen, damit wir leichter aufsteigen können und absteigen können. Ja. Ja, gut, die, die Tagaren müssen ja sowas immer für mich mit einkalkulieren, ne. Aber ich tippe mal, das ist ja dann wahrscheinlich auch direkt der Stall für die Drachen, das hat man ja auch bei Game of Thrones, oder, diese große, diese große Halle, wo die Drachen unten leben, ich tippe mal, das wird auch sowas sein. Äh, das, das war in der ersten Staffel House of the Dragon, du meinst die Drachengrube. Ah, okay. Weil, genau. Weil in Game of Thrones sind da ja nur noch Trümmer von übrig, wo die sich dann, wo die ja diesen, diesen, äh, Krisenkongress da abhalten, in Staffel sieben zum Beispiel. Ah ja, ah ja, genau. Ja, ist das jetzt, welches, äh, auf, das Dragon Pit war jetzt das, was wir gesehen haben, oder das von vorher? Äh, das ist das von vorher. Dragon, ah ja, okay. Dragon Pit ist das, wo Aegon gekrönt wurde. Genau, ja, genau, okay. Ne, das, also, Dragon Pit ist in King's Landing. Äh, das hier ist ja, äh, der, der ehemalige, äh, ja, Familiensitz von Haus Targaryen. Und, äh, Rhaenys trifft hier ein, ist anscheinend mehrere, äh, Tage auf See gewesen. Wir erinnern uns ja, am Ende der ersten Staffel wurde ja der Plan geschmiedet, äh, dass die Velaryon-Flotte, äh, äh, King's Landing mit einer Blockade abschottet, äh, vom restlichen Handel im Königreich. Und Melis patrouilliert dann aber mit ihrem Drachen auf See und, äh, beaufsichtigt das Ganze. Und, äh, Rhaenys kommt dann direkt Daemon entgegen, der dann zu ihr meint, ja, du kannst jetzt direkt wieder aufsitzen. Äh, äh, denn, äh, ich will mit dir zusammen nach King's Landing und diese Bestie Varga töten und ihren Reiter natürlich auch, also Aemond. Und, äh, und zusammen kriegen wir das gemeinsam hin. Er sagt dann, es ist jetzt die Zeit gekommen, ein Sohn für ein Sohn, sprich, er will Rache. Und, äh, er scheint da auch wirklich direkt losfliegen zu wollen, weil der kommt ihr halt in voller Rüstung entgegen. Und, äh, dann, äh, hinterfragt aber Rhaenys, ja, woher kommt das denn? Ist das ein Befehl der Königin? Und dann heißt es, die Königin ist abwesend. Äh, und da kann man jetzt schon von ausgehen, zwischen dem Cliffhanger-Ende der ersten Staffel und dem hier können eigentlich nur so, ich sag mal, ganz großzügig maximal eine Woche liegen. Habt ihr das Ende noch so präsent, diese Schlussszene? Mhm, ja. Ja, ich glaub, es war ja dann, wo er im Grunde vom, äh, im Kampf quasi vom Drachen fällt und dann, äh, getötet wird, oder? Genau. Oder man weiß es nicht genau. Ich hatte da noch gedacht, ah, vielleicht ist er ja nicht tot oder was auch immer. Mhm. Äh, aber ich glaube, dann hier war es ja dann doch jetzt relativ klar. Und ich meine, das war nicht in der Szene jetzt auch, wo Demo schon sagt, dass, oder was heißt schon sagt, aber dass, äh, im Grunde die Königin seit Tagen eben weg ist und trauert. Und ich denke mal, wie du dann sagst, so eine Woche, paar Tage, wie auch immer, ist wahrscheinlich der, der Zeitabstand zwischen den Staffeln dann, ja. Ja. einen, äh, einen größeren, oder, also einen, einen größeren Zeitsprung kriegen, als wir jetzt bekommen haben. Aber es war natürlich klar, direkt als wir Winterfell gesehen haben und Jack Harris da auftaucht, dass es nicht viel weiter sein kann, weil der, die sind ja zeitgleich aufgebrochen damals, beide Söhne. Mhm. Ähm, äh, aber das war für mich tatsächlich eine Überraschung. Ich dachte, oh geil, das geht mehr oder minder nahtlos weiter. Mhm. Ähm, fand ich aber gut. Ja, definitiv. Also es setzt halt wirklich genau nahtlos da an, wo wir zuletzt ausgestiegen sind fast. Ähm, und man merkt, dass Daemon auch noch so einen gewissen Rochus hat auf Rhaenys. Mhm. Weil, ähm, er rückt da zwar nicht so direkt mit raus, er meint ja dann, ja, hier, äh, wenn's nach Rhaenyra ging, müsste ich eigentlich jetzt schon längst in Harenhall sein und das Knie beugen. Und stattdessen führe ich hier diesen Krieg, der aber irgendwie nicht wirklich in die Gänge kommen will. Und eigentlich relativ schnell schenkt er dann Rhaenys, äh, rein Wein ein. Also nicht nur von wegen Rhaenyra trauert und vernachlässigt aber ihre Pflichten als, als Königin, sondern auch, dass er Rhaenys die Schuld daran gibt, dass, äh, die Situation überhaupt noch so ist. Also sie hätte ja in der neunten Episode der ersten Staffel, hätte sie ja, als sie die Gelegenheit hatte, wirklich Aegons Linie komplett auslöschen können mit ihrem Drachen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, äh, die Szene, äh, in der ersten Staffel, die war ja relativ umstritten und die Autorin Sarah Hess, die durfte sich ja im Nachhinein dafür auch nochmal rechtfertigen. Sie hat auch die zweite Folge geschrieben und da kann ich schon mal sagen, da sind so Stellen drin, die wirken halt auch so von wegen, ich muss das immer noch rechtfertigen, diese Entscheidung. Kurze Frage, war das, das war jetzt die Szene, wo, äh, sie dann mit ihrem Drachen ankommt und während der Krönung. Genau, richtig, ja. Ja, okay, okay. Und dann da im Grunde einfach nur, in Anführungszeichen, abhaut und ... Genau, und nicht, nicht sie alle zur Asche verbrennt. Ja. Äh, David, hast du das noch so präsent und wie, hat dich das damals gestört? Ähm, ein bisschen ja, tatsächlich. Andererseits fand ich es aber auch gut und mutig, ne? Weil, ich glaube, das wäre einfach auch der einfache Weg gewesen, einfach jetzt alle abzumurksen. Auch dem war ja klar, wenn noch eine zweite Staffel kommt und man will ja Krieg sehen und sowas. Wenn eine Kriegspartei aber schon tot ist, gegen wen willst du dann noch Krieg führen? Das war schon irgendwie klar, dass es einen Kliefverkehr gibt. Aber ich fand das toll geschrieben, auch als Charakterstärke irgendwo für Raienis, dass sie sie a leben lässt und trotzdem zurückkehrt. Sie hat ja auch einfach überlaufen können, ja? Also eigentlich habe ich so ein bisschen damit gerechnet, sie lässt sie leben und dann bleibt sie dort. Das hat sie ja nicht gemacht, sondern sie hat sich dem ja gestellt. Ich fand das einen guten Charakterzug an sich. Äh, also hat mich jetzt nicht gestört. Muss ich sagen, sehe ich eigentlich auch genauso. Was war denn, warum gab es denn so einen Backlash? Weil es gibt ja doch halt eine Buchvorlage im Grunde. Wie ist denn, da kann ja auch nicht einfach jeder schon abgemurkt sein? Äh, die Szene, ja, das war auch mitunter die Kritik, weil die Szene mit dem Drachen, also halt diesen spektakulären Auftritt, den gibt es im Buch nicht. Ah, okay, es kommt quasi nie zu dieser Situation. Genau, richtig, ja. Und also deswegen ging es auch vor allem auf die Autorin. Und die hat aber halt dann auch gesagt, dass Raienis an der Stelle, sie sagt es ja dann auch in der zehnten Folge, es ist nicht ihr Krieg. Oder es ist noch nicht ihr Krieg. Und man muss auch bedenken, die, die sie da verbrennt, das sind ja trotzdem Familienangehörige immer noch. Also wirklich auch teilweise Blutsverwandte. Und man darf auch nicht vergessen, diese Welt ist extrem abergläubisch. Man muss sich das vor Augen führen. Der wurde da in der Drachengrube gekrönt, vor den Augen von Göttern und Menschen. Er wurde gesalbt und gekrönt. Und wenn sie jetzt den König und dessen Familie eingeäschert hätte, dann hätte sie möglicherweise die Rache der Götter zu fürchten. Wie gesagt, abergläubische Welt. Und das passte für mich eigentlich, also das passte sowohl in ihren Charakter, die jetzt auch nicht irgendwie hasserfüllt oder rachsüchtig agiert, sondern eigentlich auch sehr besonnen. Und sie ist es dann ja auch, die dann Lord Corlys auch den Anstoß gegeben hat, Rhaenyra beizustehen. Rhaenyra, was wir hier dann hören, auch von Raenis ausgehend, und Rhaenyra klammert sich ja anscheinend dann noch so an diese Hoffnung, die ja eigentlich dann eher Zuschauer hatten von wegen, oh, wir haben ja keine Leiche gesehen und deshalb ist eine Serienfigur ja niemals tot. Und deshalb ist sie anscheinend ausgeflogen, um ja noch irgendwie nach was zu suchen. Und Rhaenis kann das dann auch sehr gut verstehen, weil sie erzählt dann ja, dass ein Rabe ihr auch die Nachricht vom Tod ihrer Tochter brachte, also die sich ja verbrannt hat, die Frau von Daemon zu der Zeit. Und dass sie dann, also Rhaenis, dass sie wochenlang Qualen erlitten hat, bis sie dann irgendwie, also erst als sie die Gebeine sah, war es ihr überhaupt möglich zu trauern. Und Rhaenyra braucht dann eine ähnliche Gewissheit und ist alleine losgezogen. Ja, und Daemon kommt dann auch nicht mehr an gegen Rhaenis, weil er meint dann zwar, ja, Rhaenyra macht sich jetzt verletzbar. Was ist denn, wenn Aemon mit Varga auftaucht? Will sie dann unbedingt rumkriegen, doch mitzufliegen? Und befiehlt ihr das sogar regelrecht schon? Und sie meint, ja, du bist ja nicht der König und auch nicht die Königin, also was interessiert mich, was du sagst? Ich fand das ein bisschen plakativ, wie Daemon da dargestellt wird. Irgendwie so diese Heißblut, der will sofort Rache und unüberlegt einfach losfliegen. Manchmal fand ich ihn ja auch recht intelligent, dass er ja gut Pläne schmieden kann, aber ich fand ja, das passt ja irgendwie nicht, so einfach mal hinfliegen und dann mache ich die schon alle. Ich metzel die nieder, ich komme in meinen Dragen, dann können die gar nichts machen. Weißt du, so klang das irgendwie für mich so ein bisschen. Ich dachte, ja, okay. Ich konnte das aber auch nicht einordnen. Vielleicht liebte er den Sohn auch tatsächlich so richtig doll. Wobei das ja noch nicht mal sein Sohn ist. Also zumindest nicht sein Sohn. Er ist ja nur angeheiratet. Deswegen hatte ich die Motivation auch nicht so ganz verstanden. Für wen würde er das jetzt tun? Macht er das für seine Frau? Macht er das für Renüra, die er ja anscheinend schon starke Gefühle irgendwie auch hat? Oder macht er das für sich, dass da irgendwie einfach ein Strichstunde gezogen ist, weil er einfach Bock hat auf Dresche in beide Richtungen? Ich habe die Motivation nicht so ganz verstanden. Also klar, ich konnte verstehen, dass Renüra da jetzt losfliegt und das mit eigenen Augen sehen will. Aber warum er da jetzt so vorpreschen will, das verstand ich nicht so ganz. Ich glaube, er will sich zum einen über sie hinwegsetzen, weil er sie auch nicht so wirklich anerkennt. Oder er hat, also das kam ja schon in der ersten Staffel am Ende durch, dass er große Schwierigkeiten hat, mit ihrer Art, mit dieser Situation umzugehen. Generell hat er ja Probleme mit Autoritäten. Also das zieht sich ja schon immer durch. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und dann hast du natürlich noch als Motivator einfach Rache. Der will auch, man darf nicht vergessen, der wollte ja schon am Ende der ersten Staffel bei dieser Verhandlung auf der Brücke, wollte er ja Otto Hightower schon höchstpersönlich den Kopf abschlagen. Also da hat er schon ewigen Rochus drauf und das hat sich, glaube ich, alles jetzt potenziert. Und er ist es, glaube ich, auch so langsam leid, dass sie nichts tun halt. Man darf nicht vergessen, der war auch jahrelang im Krieg und ich glaube, der will einfach nur noch Blut sehen, was das angeht. Zumindest Vargas. Ja, dabei ist ja, wie gesagt, gar nicht so viel Zeit vergangen. Nee. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Reynes sich was von ihm sagen lässt. Also fand ich schon gut, dass sie da nicht, ja, so alles, was ich bisher so über sie in meinem Kopf gehabt hätte, jetzt über Bordwissen mit ihm mitfliegt oder so, weil da ist sie eigentlich viel zu überlegt und auch erhabener in dem Sinne. Ja, und die steht da auch drüber. Ja. Also die lässt sich auch von dem nicht aus der Ruhe bringen. Obwohl sie ja trotzdem irgendwie schon, die versucht ja schon ein bisschen irgendwie auch empathisch zu sein. Reynes, muss ich sagen, ist auch eine wahnsinnig tolle Figur, von der wir aber eventuell nicht mehr so viel haben werden. Aber Spoiler. Jedenfalls sie, ja, zieht dann von dann und wir kriegen dann mal kurz zu sehen, wo Rhaenyra sich aufhält. Und ich habe das beim ersten Mal gar nicht erst so verstanden. Deshalb war es wirklich gut, dass ich es zweimal geguckt habe, weil sie hält sich da gar nicht irgendwie im Umkreis von Dragonstone auf, sondern sie ist tatsächlich nach Sturmkapp geflogen. Also sie steht da auf einer Felsformation, glaube ich, wirkt auch sehr, sehr angeschlagen. Und ja, in der Ferne sieht man Sturmkapp. Also eben das, wo, ja, Luke zuletzt hingeschickt wurde und hofft dann jetzt wahrscheinlich da irgendwas noch zu finden von ihm. Okay, das hätte ich ja niemals erkannt. Aber das macht natürlich Sinn. Also ich habe natürlich nicht Sturmkapp erkannt oder hätte es nicht benennen können, aber mir war schon klar, dass sie nicht zu Hause ist, sondern dass sie schon dorthin geflogen ist, wo der Unfall, oder ein Unfall, was ja eher, also ein Unfall passiert ist. Ja. Aber ich dachte mir auch so, ja, aber was will man denn da noch finden? Also, ne, was will man denn? Ich meine, das Gebiet ist groß. Die werden ja damals keinen GPS-Tracker gehabt haben, um zu gucken, wo ist das denn genau passiert? Wo könnte der Drache ungefähr abgestürzt sein? Ja, das fand ich dann schon wieder ein bisschen komisch, dass sie dann direkt dann was findet. Wobei, ich glaube, es ist angespült worden, oder? Das wusste ich jetzt nicht. Oder das haben die Fischer gefunden, oder? Ja, ja. Fischernetz war es drin. Fischernetz, glaube ich, oder? Genau, genau, das kommt später noch. Das sind auch tatsächlich dann auch Verweise auf die Vorlage. Ich muss sagen, ich kann es so unter dem Aspekt der Trauer, also auch jetzt hier Reynes, die von Ira berichtet, und dann sagt irgendwie, also das ist ja auch typische Phase der Trauer, diese Leugnung erst, ne? Also, dass man das einfach nicht wahrhaben will und dass man sich an jeden Strohhalm klammert, der das irgendwie noch abwenden könnte. Und ich glaube, Rhaenyra ist gerade in diesem Stadium. Ja, solange sie noch keinen Beweis gesehen hat quasi, willst du es noch nicht glauben, ne? Ja, ja, und du warst ja auch, glaube ich, so, ne? Von wegen, wir haben ja keine Leiche gesehen, ne? Ja, absolut, absolut. Ich hab da, also ich weiß, vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber Harry Potter. Ja. Äh, drittes Buch, glaube ich, wo, äh, Spoiler, äh, Sirius Black in den Spiegel fällt oder so. Ja, ja. Glaube ich, war das da? Und dann halt tot ist. Und als ich damals das Buch gelesen hab, hab ich gedacht, ja, okay, der ist ja weg, der ist jetzt in irgendeiner Spiegelwelt oder keine Ahnung was, der kommt schon wieder. Ich hab jedes Buch drauf gewartet, dass der in die Vila kommt. Der kam nicht wieder. Ja. Äh, und da hat ich, ne? Also, wenn man das noch nicht gesehen hat. Ja, 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 dann ist so dieser ... Da ist noch so ein Funken und gerade in einer, natürlich trifft jetzt für sie nicht, aber gerade in einer Welt, wo jetzt ganz viel ja auch dann vielleicht, ist kein Star Wars, darum sind Charaktere, die tot sind, ja meistens doch tot. Aber, ne, in so einer Fernsehwelt, wo doch noch mal vielleicht Leute zurückgeholt werden, war, es ist ja nie so ganz klar. Aber da hat er einfach Chuck Harris, äh, nee, Luthieris, zu wenig Fanbase, dass man ihn wieder zurückholt mit einer roten Zauberin. Ja, klar, hab ich jetzt auch nicht erwartet, so, ne? Aber ich kann schon verstehen, wo's herkommt. Er ist, äh, er wird jetzt nicht zu Lord Stoneheart, so, äh, glaube ich, im Hinblick jetzt auf, auf die Bücher, aber, ja, gut, äh, kleine, kleine Buchanspielung. Äh, wir bleiben auch relativ maritim. Wir landen in einem Hafen, äh, wo, äh, die Decks geschrubbt werden, Algen vom, vom Schiffsrumpf geschabt werden. Das hab ich beim ersten Mal auch nicht verstanden. Habt ihr direkt so einen Bezug gehabt, wo wir uns hier befinden? Nein. Äh, also irgendwo bei Seeschlange, ne? Jaja, genau. Also, ich, weil, ich hatte aus in deinem Grund halt erst King's Landing, aber das macht ja eigentlich keinen Sinn. Also wird es wahrscheinlich Driftmark sein, ne? Äh, ich guck grad auf die Karte. Ja. Driftmark ist der Sitz von Haus Velaryon. Ja. Ja. Und die, die haben ja da ... Denk ich doch mal dann. Genau, ja, die, die haben da ihre Flotte, da ist ja auch, äh, vor allem sieht man die Schiffe jetzt endlich mal, ne? Das sind ja schon richtig große Pötter. Also das hat ja schon einen Fluch der Karibik-Vibes. Und, äh, Corliss redet dann, glaub ich, mit einem, ja, ich weiß nicht, Käpt'n Matrose? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall einem der, äh, Untergebene von ihm. Also er kommt erst mal ins, ins Bild gestaxt zum, zum Hafen. Auf seinem Stock natürlich. Und, äh, äh, ist dann erleichtert, dass sein Schiff, äh, die Trittsteine überhaupt heil überlebt hat. Und, äh, ihm wird dann aber doch relativ schnell verklickert. Ja, also die, die Reparatur, die wird noch eine Weile dauern, ne? So ein paar Wochen. Sie haben nicht genug Schiffe für die offene See. Also, äh, sie regeln ja eben, äh, den Seeweg nach King's Landing ab, die sogenannte Gurgel. Und, äh, Corliss will eigentlich mit seinem Schiff so schnell wie möglich diese Flotte anführen. Aber, ja, das wird noch dauern. Und, äh, dann präsentiert ihm dieser Matrose, ich glaub, Alin heißt der. Genau, Alin. Ähm, präsentiert ihm eine, eine Klinge, die sie gefunden haben. Also die, die Schmiede irgendwie an ihn weitergeleitet haben. Und, äh, die gefunden wurde. Und, äh, ja, Corliss erkennt es dann auch relativ schnell. Das ist anscheinend eine Waffe, die angefertigt wurde, extra für Prinz Luceres, ne? Ja, dann, äh, ist da auch halt, da schwindet dann halt auch immer weiter die Hoffnung, dass da doch noch irgendwas von ihm übrig geblieben sein könnte, ne? Äh, ich hatte das dann nicht so verstanden mit dem Messer tatsächlich. Äh, weil das ja auch wieder so leicht nebenher war. Äh, ich fand das ein bisschen komisch, wie diese Alin eingeführt wird. Aber, äh, nachdem die sich dann länger unterhalten, war ja auch irgendwie klar, okay, das könnte jetzt einer dieser neuen, oder wird ein neuer Charakter sein, der wahrscheinlich jetzt auch in der späteren Verlauf der Serie vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun kriegt, außer Schiffe zu schruppen und zu reparieren und zu sagen, äh, a la Scotty aus, äh, Star Trek, ja, okay, das dauert mehrere Wochen, aber wir sammeln ein bisschen was zusammen, dann geht es schneller. Ja. Ähm, ja, weil, äh, hat ihn ja wohl auch, wohl gerettet, äh, beim letzten Ingrid. Ja, genau. Äh, und ich dachte schon, dass ihm gleich jetzt, also ich hatte damit gerechnet, dass ihm direkt jetzt schon irgendwie ein besserer Posten angeboten wird, dass schon direkt heißt hier, so Männer, ich kann nicht gut gebrauchen, komm in meinen Beraterstab oder was auch immer, oder wird, äh, mein flotten Käpt'n oder sonst irgendwas, aber das kam dann gar nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber es sah schon so aus, als wird der später noch wichtigerer werden, als er jetzt ist. Ja. Also ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Ja, also dass der nicht, äh, den irgendwie direkt zum, zum, äh, Admiral oder sonst was ernannt hat, hat mich auch gewundert, weil er sagte dann wirklich deutlich, ja, ihr habt mich doch aus dem Meer gezogen und ich stehe jetzt in eurer Schuld, ne, und, äh, sowas wird sehr, sehr hochgehängt in dieser Welt. Ja, ich dachte kurz, entweder er kriegt das in Posten oder ihm wird das Messer geschenkt. So, ja, hier, komm, hast du das Messer? Ja. Also, weil ich stehe jetzt in eurer Schuld, ich dachte, er will die jetzt auch irgendwie begleichen direkt. Ja, mein, 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 mein Neffe ist eh tot, hier, hast du die Kieger. Ja, das Messer. Jetzt hier, kauf dir was. Also ein bisschen geht ja noch Ellen als erstes aus der Unterhaltung raus, vielleicht hat er keine Chance gehabt. Ja. Vielleicht hätte er noch zwei Sekunden stehen bleiben müssen für eine Beförderung. Ja, aber, äh, ich glaub, wir halten uns jetzt auch nicht, äh, zu lange damit auf, aber es könnte, also, David, du warst schon recht, es könnte eine Figur sein, die, die nochmal irgendwie eine Rolle spielt, weil wir werden ja wahrscheinlich auch sehen, wie die diese Seeblockade da errichten, ne, die ja, äh, immer fester sich um King's Landing zusammenzieht. Und King's Landing ist auch das Stichwort, denn, äh, wir landen dort in einer sehr tollen Totale mit Gegenlicht, wo wir auch die Drachengrube sehen, äh, generell, ich weiß nicht, ob ihr da so drauf achtet, aber mir ist sehr die Kameraarbeit in dieser Folge aufgefallen. Hier sind wirklich tolle, richtig tolle Kamerafahrten drin. Also auch so übers Meer oder eben auch schon im Norden fand ich richtig, richtig gut. Ja, man versucht immer sehr viel von allem irgendwie mal zu zeigen oder einzufangen, damit man einfach auch, also für mich war das auch wirklich so Erinnerungsfetzen, dann, die dann wieder aufkommen, das, ach ja, genau hier, das war ja so aufgebaut, hier ist so und so, damit man auch wieder so ein Feeling kriegt für die ganze Location und, und wie schaut's dort aus, wie schaut's da aus, wo befinden wir uns gerade, ne, statt so eine Karte einzublenden. Ich fand das toll, dass man dann erst nochmal quasi von draußen reingezoomt hat, immer so langsam, damit man wieder weiß, dass man so langsam ankommt, auch um die, die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen. Ja, und du hast auch immer einfach einen Orientierungspunkt gesetzt, ne, also im Norden war's halt, äh, von weitem Winterfell, jetzt hier die Drachengrube, davor hast du genau gewusst, dass es, ja gut, Dragonstone ist sehr, sehr markant, ne, von, von, von Umrissen her. Aber, äh, nee, also du hast, also ich persönlich hatte wirklich überhaupt kein Problem irgendwie zu wissen, also, ja, ja, jetzt gut, abgesehen hier von Driftmarkt, das war so ein bisschen, aber, ja. Da gab's keine Totale. Genau, genau, schieben wir's auch. Aber sonst, ja, sonst ja schon auch ganz stark so ein Stilmittel aus Game of Thrones noch, würde ich sagen, ne, was einfach weiter benutzt wird und, ja, immer schön aussieht. Du merkst halt, äh, an den Stellen auch ganz genau, dass Alan Taylor, äh, auch schon Game of Thrones gedreht hat, also vor allem die ersten zwei Staffeln, da war er sehr, sehr präsent. Äh, ja, wir landen auf der, äh, Mauer bei der Stadtwache und haben ein Wiedersehen mit einem dieser wunderhübschen Zwillinge, äh, wo ich jetzt mittlerweile festgestellt habe, man kann sie doch auseinanderhalten. Der eine hat nämlich einen kürzeren Bart. Mhm. Und sie heißen aber trotzdem Sir Eric und Sir Arik. Und das ist hier, soweit ich weiß, Sir Arik, ähm, der jetzt, äh, ja, als einziger eigentlich in Stadtwachenuniform dort auf der Mauer, äh, Befestigung vornimmt. Und, äh, ist es euch aufgefallen, dass er wirklich der einzige, oder nee, nee, Quatsch, nicht, nicht, äh, Stadtwache, sondern Königsgarde, die haben ja diese weißen Gewänder. Mhm. Und drumherum sind eigentlich alles nur noch Grüne, ne? Also wo ist die Stadtwache? Ist mir nicht aufgefallen. Äh. Aber sind das nicht sowieso immer so wenig? War das nicht immer eher so eine Eliteeinheit? Ich hatte die nicht so in groß, in Überzahl irgendwie in Erinnerung? Ja, äh, ich meine, das Ding ist ja auch, die Stadtwache, die ist ja, äh, äh, Dämens, äh, Mannschaft eigentlich sozusagen, ne? Und es haben sich ja auch viele, äh, äh, zu ihm bekannt und ihm angeschlossen und wahrscheinlich haben die auch nicht mehr so viele davon übrig. Aber es fällt halt schon auf, also auch schon in der ersten Staffel, kurz bevor Visere stirbt, dass da eigentlich überall nur noch Hohenturmsoldaten rumlaufen, ne? Also auch da, äh, eigentlich schon so die, die, die feindliche Übernahme, könnte man sagen, ne? Also ist ja schon in der achten Folge, ist ja Viseres extrem auf Waterloo und eigentlich regeln die Grünen da eigentlich nur noch die ganzen Geschäfte, ne? Auf jeden Fall sehen wir hier, äh, auch was sehr Vertrautes aus Game of Thrones, äh, die befestigen nämlich die Anlagen mit Skorpionen. Also dieses riesigen, ja, Armbrüste, sag ich jetzt mal, äh, mit denen die versuchen, Drachen beizukommen. Die sind dann auch sofort alarmiert und ja, hier, Drache, Skorpionladen und es ist dann aber doch nur Varga, äh, die, äh, ja, natürlich dann auch mit Elmond auf dem Rücken, äh, die Stadt anscheinend so ein bisschen beschützt, ne? Und, äh, hatte ja, äh, Damon auch schon gemeint, dass, äh, er sich nicht alleine Varga stellen wollte, sondern dass er gerne Mellys und, äh, Reynys an seiner Seite hätte dabei, ne? Mhm. Ja. Und, ja, Varga sehen wir ja nur so ganz von Weitem, aber, äh, meine Fresse, dieses Vieh, ey. Ich fand das eine tolle Szene, aber da hat mich dann hinterher gefragt, okay, haben die denn kein Zeichen vereinbart? Ich meine, äh, so viele Drachen gibt's ja jetzt nicht, äh, als dass man nicht dann doch irgendwie das vorher sicherstellen könnte, dass das jetzt ein Drache von uns ist und wir nicht jedes Mal super gleich in Bereitschaft gehen, sondern, äh, dass es irgendwie ein Erkennungszeichen gibt, dass nicht gleich jeder seine Waffe lädt. Ja, das war jetzt wahrscheinlich eher für die Serie. Ja. Aber, also für uns Zuschauer. Ein bisschen, ja, ja. Aber, äh, um sich jetzt da reinzudenken, zu sagen, okay, jedes Mal, wenn der mal einen Ausflug macht oder der rausfliegt aufs Feld, um ein paar Schafe zu verspeisen, dann kommt der wieder und dann kriegen wir immer ihren Schock fürs Leben, wenn der zurückkommt. Äh, da finde ich, das müsste man anders lösen. Vielleicht sind Drachen ja doch auch sehr einfach zu erkennen, wenn man so einmal kennt. Wir sind nur nicht so drin. Ja, aber da müsste man ja, aber da, da müsste man ja diese Bestie von Varga eigentlich erst recht erkennen, weil, ähm, also, die, die erkennst du halt schon von Weitem, weil die auch Löcher in den Flügeln hat tatsächlich und ja wirklich auch, die ist halt ein Monster, wirklich. Also, in der ersten Staffel, da gab's ja, weiß ich nicht, ja, auf Sturmkapp, als die da so im, im, im Gewitter gezeigt wurde und dann der Umriss, so die Silhouette, das hatte ja schon was von Godzilla, wirklich. Also, weiß man denn von, von wo, äh, Aemon da zurückkommt? Äh, ich glaube, der patrouilliert da einfach nur mit, mit, mit Varga. Okay. Aber ich dachte schon fast, äh, äh, dass er, dass er eventuell die Zeitspanne so kurz ist, dass er gerade von diesem letzten, also von seinem letzten Ausflug zurückkommt, als es passiert ist. Ja, hätte man, hätte man denken können, tatsächlich. Aber nee, nee, da liegen, glaube ich, da, da liegt so viel Zeit zwischen. Hm. Ähm, und die, die, die Kunde davon, also, weil dann, 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 dann wüssten ja alle noch gar nicht, was da passiert ist, ne, zum Beispiel. Das ist ja, äh, weiß ich nicht, das, das ist ja schon rauf und runter gegangen, wahrscheinlich irgendwo, äh, Stadtgespräch, denke ich mal. Ja, irgendwer muss es erzählt haben, ne? Genau, ja, ich, ich denke schon, dass es erzählt wurde, ja. Ja, wir, äh, haben dann die Überleitung zu Aemons, äh, Schwester Helene, die ja zugleich auch die Königin ist, ne? Also, Aegon hat ja in bester Targaryen-Tradition seine eigene Schwester ehelichen dürfen und, ähm, die wird auch bei etwas gezeigt, wo wir sie auch schon in der ersten Staffel beigesehen haben, nämlich, wie sie, äh, ja, irgendwas stickt, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja. Und bei der ist es interessant, also, in der ersten Staffel musste man bei der echt aufpassen, äh, wie die, weil die scheint ja wirklich irgendwie eine Art seerische Fähigkeit zu haben, ne? Also, sie droppt immer irgendwie so eine Line, sie hat ja nie viel zu tun, aber sie droppt dann irgendeine Line, die dann später wichtig ist? Oder wenn man sagt, ah, stimmt, die hat das wohl, äh, die ist gar nicht so dumm. Ja, aber reden wir vom Gleichen, also, was mich da, ich weiß nicht, ich sag einfach, was mich da ein bisschen, äh, was ich komisch fand. Ja. Sie sagte irgendwann, dass sie Angst vor Ratten hat. Ja. Und ich denk so, what? Äh, okay, interessant, danke. Das ist verboten. Das war jetzt für mich, was mich irgendwie, ja. Ne, sie sagt ja quasi, ich habe keine Angst vor Drachen, sondern vor den Ratten. Also, sie meint ja quasi die Leute, die sie dann verraten werden, also quasi interne Leute. Du, ob ich das erwarten habe. Ah! Ja, okay, das habe ich so gar nicht verstanden. Vor den Ratten, die, äh, quasi Verschwörung innerhalb des Hauses. Ja, und natürlich auch, also, es ist, es ist, ich würde sagen, es ist so beides, aber es ist auch foreboding im Hinblick wahrscheinlich auch auf ihre Fähigkeiten. Weil, äh, das, das kam ja wirklich schon auch in der ersten Staffel zum Tragen. Also, da hat sie ja auch irgendwie, ja, hüte dich vor den, vor, vor der Bestie unter den Brettern, ne. Und das war ja dann genau das, was dann, äh, mit, äh, Reynis und Melis, äh, passiert ist in der Drachengrube. Ja, äh, sie sitzt dort, stickt, äh, und dann kommt, äh, ihr reizender Ehemann hinein und, äh, will dann einen seiner jüngeren Söhne einspannen, denn der soll jetzt im kleinen Rat sitzen, der kleine Jaehaerys. Und ist aber irgendwie beim Unterricht und, ja, äh, Aegon besteht dann aber darauf, weil er will den halt so langsam auf seine königlichen Pflichten oder sein Erbe vorbereiten. Und Helena meint dann auch so ganz trocken, ja, aber wenn er gar kein König sein will und man merkt, Aegon nimmt sie halt wirklich überhaupt nicht ernst, ne. Also, ich hab auch immer echt Schwierigkeiten, ich mein, natürlich sind die Geschwister, aber die sind halt auch verheiratet und sie ist die Königin. Und irgendwie, also auch schon bei Alison fiel mir das echt schwer, immer zu schalten, oh, sie ist ja die Königin und nicht irgendeine, eine, 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 die da rumsteht und stickt oder was, ne. Ja, aber ich glaub, da wird sie dann irgendwie auch ein bisschen, ja, von der Inszenierung her nicht ganz ins Licht gesetzt, so was das angeht, würde ich sagen, dass das, also ich hatte es auch wirklich gar nicht auf dem Schirm, bis ich nochmal Stammbäume und so angeguckt habe. Ach so, ja, stimmt. Aber das wird ja, kommt ja gar nicht rüber und das liegt natürlich auch jetzt irgendwie vielleicht an, wie nimmt Aegon sie überhaupt wahr oder redet mit ihr. Aber es wird ja auch einfach gar nicht so für den Zuschauer, finde ich, rübergebracht. Ich hab das auch erst geschnallt, nachdem ich jetzt nochmal den Stammbaum studiert habe, dass die A verheiratet sind und Geschwister. Ich hatte immer gedacht, die sind nur Geschwister und deswegen dachte ich, okay, der nimmt die nicht ernst, ich meine, wer nimmt schon seine Schwester ernst. Und dann, ach, fuck, die haben geheiratet, ach, okay, und das sind deren gemeinsamen Kinder. Ich dachte immer, sie hätte irgendeinen Mann, der gestorben ist, dass ich nicht mitgekriegt habe und von dem sind die Kinder. Und dann hab ich erst geschnallt, okay, das sind die Erben und deren gleichzeitigen Kinder. Und bei ihr hab ich immer den Eindruck, weil sie so wenig zu tun hat und eben nur ab und an mal beim Sticken gezeigt wird und dann irgendwie ein bisschen was erzählt, dass ich hatte immer das Gefühl, okay, die wird eh bald rausgeschrieben irgendwie oder die stirbt eh bald. Die ist nicht so wichtig, aber jetzt hat sie ja heute oder in dieser Folge ja auch wieder diesen Satz gesagt mit den Ratten, der ja dann an sich ja dann auch wieder so eine erfüllende Prophezeiung ist am Ende der Folge. Definitiv, das zieht sich ja aber durch die ganze Folge. Also man merkt auf jeden Fall, dass Aegon ihr nicht wirklich großartig Relevanz beimisst und weiß ich nicht, versichert ihr dann auch, ja, also hier, wir können hier ja nicht angegriffen werden, weil Varga patrouilliert ja über den Himmel und sie, ja, sie hat halt mehr Angst vor Ratten. Und wohin das führen wird, werden wir dann noch im Verlauf der Folge sehen. Wir machen dann aber einen Wechsel zu Alicent, äh, ja, die konsequent das weiter betreibt, was sie in der ersten Staffel gemacht hat, nämlich, äh, erst wurde sie von ihrem Vater prostituiert und jetzt prostituiert sie sich, ne? Ja, sie sitzt da quasi im Schlabberlook. Ja, ja, stimmt. Ja. Und, äh, lässt sich vergenusswurzeln von Ser Criston jetzt mittlerweile. Aber das war ja klar, irgendwie nach Staffel 1, dass die beiden zusammenkommen. Ja, durchaus, auch wenn sie da immer noch so ein bisschen, also sie sagt ja dann, als sie sich da ankleiden, und das ist ja auch sehr auffällig, weil er zieht sich ja nicht nur irgendwie ein Gewand an, sondern, äh, wirklich die, die, äh, Rüstungsmanschetten und so weiter und sie legt ihm dann ja auch den Mantel an. Sie sagt dann ja eigentlich auch so klipp und klar oder, ja, für ihre Verhältnisse klipp und klar, ja, es wird kein nächstes Mal geben. Ja, das war sie jetzt. Ja, und, und da hab ich mir aber sofort gedacht so, wie oft hat sie das wohl schon zu ihm gesagt? Das war auch meine erste Frage, ja. Also, das ist, äh, äh, auch nicht erst seit gestern, glaub ich. War aber eine interessante Einführung, sagen wir's mal so. Es, es war eigentlich fast so ein bisschen noch ein Gegengewicht. Ich kann mich erinnern, in der ersten Staffel Game of Thrones wird ja Tyrion eingeführt im Bordell, ne? Ja. Ähm, das ist auch so megageil. Naja, äh, Gruß an Peter Dinklitzsch. Und, äh, wir haben hier, äh, weiteres Forboding, ähm, Denn während Alicent jetzt, äh, zu einer Sitzung des kleinen Rates geht, sehen wir, dass dort in der Feste, äh, Rattenfänger rumlaufen, ne? Mit so Käfigen oder auch, äh, Fallen. Und, ja, das, ähm, passt natürlich dann alles gut so ins Gesamtkonzept bislang. Jedenfalls tritt hier der kleine Rat zusammen, der, äh, ja, noch eine relativ ähnliche Zusammensetzung hat wie in der ersten Staffel. Also Otto Hightower, ein Maester namens Orwell und vor allem Thailand Lannister und noch ein anderer Adeliger, den ich aber leider nicht zuordnen konnte. Aber sei's drum. Ich hab auch meine Grenzen. Ja, äh, hattet ihr Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen oder ging's? Ja, ich war immer noch im Modus erst mal wieder gucken, ich muss erst mal alle Leute das erste Mal wieder sehen und erst mal gucken, wer ist hier eigentlich wo, steht auf welcher Seite und das heißt auch noch nicht, dass ich irgendwelche Namen dann schon weiß. Darum, ja, die kamen dann jetzt erst mal so auf mich zu, die Szene und ich muss erst mal gucken, wer ist da eigentlich am Start. Ja, sehr viele Figuren halt, sehr viele, ich mein, die erste Staffel war ja auch geprägt von sehr, sehr, sehr vielen Ratssitzungen, ne? Ja, das stimmt. Und, äh, jetzt haben wir aber, ich mein, auch eine, an der Aegon als König teilnimmt und er hat auch dabei seinen Sohn im Schlepptau, den er dann mal eben prompt so an den Tisch setzt und sich dann ans andere Ende und, äh, ja, was, was, so, so Breaking News Briefing, äh, geht dann vonstatten, ne? Ja. Ja, so ein bisschen wird hier irgendwie, glaube ich, erzählt, dass, äh, Krieg eigentlich schon unvermeidbar ist und wir irgendwie gucken müssen, okay, wie schaffen wir es uns zu behaupten, an der Macht zu bleiben, unsere Feinde zu übertrumpfen und ich glaube, Aegon saß einfach nur relativ gelangweilt da und hatte eigentlich gar keine Lust, sich darüber zu unterhalten, ne? Ja, vor allem, dass er da seinen kleinen Sohn mitbringt, der dann, äh, mit, und der Meister der Münze soll dann mit ihm Hop-Hop-Reiter spielen und sowas, fand ich für, für Game of Thrones Verhältnisse oder für House of Dragon, das fand ich schon fast zu comic-haft. Ja, okay. Hat, äh, hat, glaube ich, öfter auch oder ab und an mal in die Kamera geguckt, das, das bringt mich immer total raus, wenn jetzt Schauspieler in die Kamera gucken. Mhm. Ähm, dann habe ich auch nicht verstanden, diese Kugel auf dem Tisch. Ich dachte immer, die wäre dazu da, der, der sie hat, der hat gerade das, das Sprachrecht quasi. Aber der Meister der Münze war ja gar nicht dran zu sprechen, gesprochen hat er immer nur, äh, Otto, genau. Warum hatte er die Kugel nicht? Äh, habe ich nicht verstanden. Und ich glaube, Aegon hatte auch eine, oder? Ja, ja, die haben, die haben alle die Kugeln, das ist so ein bisschen wie so eine Clubkarte quasi. Ach, jeder hat Kugel, okay. Ach so, wer sie reinlegt, ist quasi anwesend. Genau, richtig. Das hat sich eingeloggt. Richtig, das ist auch eine Erfindung der Serie gewesen, sie haben das dann ja auch bei der Ermordung von, ach, hier Lord Beastbury in der ersten Staffel, also, wo, äh, Kristen Cole, diesen, diesen älteren Mann da, auf die Kugel schlägt und der ist dann tot. Mhm. Das ist im Buch auch ein bisschen anders, aber ich, ich muss sagen, ich finde es mit diesen Kugeln, also, ich kann mich noch erinnern, am Anfang von House of the Dragon habe ich auch nicht wirklich verstanden, was sie damit wollten. Aber ich finde es eine nette Idee vom Produktionsdesign eigentlich. So ist der Tisch nicht ganz leer. Ja, und es, das, das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so was, ja, irgendwo auch Elitieres. Ja, haben halt, ne? Genau, ja. Äh, das, das passt schon ganz gut rein und ich finde es in der Szene hier auch tatsächlich sehr toll, ähm, wie dieses Motiv da von wegen gelangweilt mit der Kugel spielen, das macht halt nicht nur Aegon, also der, der, der kleine Jaehaerys, sondern auch Aegon selber, ne? Ja, darum hatte ich gerade so im Kopf, dass er eine Kugel hat, weil er nämlich mit der die ganze Zeit rumeiert und halt einfach nur, ja, wie mit, als hätte man einen Kugelschreiber in der Hand und damit die ganze Zeit rumspielt, anstatt jetzt irgendwie da mal strategische Überlegungen oder so anzustellen oder, ähm, ja, sich zu beteiligen, ne? Ja, okay. Ja, ich dachte schon fast, es wäre ein Schnittfehler, weil ich gesehen hatte dann auch, oh, da, jetzt hat er auf einmal die Kugel und dann hatte das Kind wieder eine Kugel, dachte ich, ist das jetzt ein Schnittfehler? Ja, äh, gut, wenn natürlich jeder eine Kugel hat, dann ist okay, äh, ich hab mich dann auch immer gefragt, tatsächlich, da war für mich dann auch wieder dieser Zeitsprung, der kurze Zeitsprung irgendwie einerseits ein Problem, weil ich jetzt nicht wusste, okay, wie lang ist jetzt Aegon tatsächlich jetzt König? Wie viel Zeit ist vergangen seit der Krönung bis jetzt? Weil er wirkte für mich so die ganze Zeit, als wäre gerade heute erst König geworden, weil er wirklich von Tuten und Blasung null Ahnung hatte, also wirklich gar nicht irgendwie so in, ich bin Herrscher-Modus. Es ist vielleicht. Also man hat ja wirklich den gar nicht irgendwie auf irgendwas vorbereitet oder, das, das hat mich, das fand ich, das hat nicht so ganz gepasst und, und das ist auch gut, dass ich dann nochmal den Stammbaum gesehen hatte, ich hab mich immer gefragt, wieso ist Aegon König und nicht Aemon, weil der wirkt für mich viel älter, viel reifer und dachte ich immer, hey, wieso hat man Aegon zum König gemacht, wieso ist nicht Aemon der König? Ja, weil Aegon halt der Erstgeborene ist, ne? Ja, ja, aber ich hatte das immer, weil die ja auch von der Statur her so unterschiedlich sind und wenn man den Stammbaum nicht so mehr drin hatte, ich dachte echt, Aemon wäre der König, weil er größer wirkt, älter wirkt, irgendwie auch bedrohlicher wirkt, dachte ich, der würde doch viel besser passen. Ja, eins hat mich auch schon bei Staffel 1 ein bisschen verwirrt, weil Aegon hat ja da zwei Darsteller, also erstmal so einen, der so eher längere, Harad und dann hier dieser Tom Glynkani, der das auch ziemlich gut macht hier, aber ich finde, die sehen sich halt null ähnlich, beide Darsteller, also Tom Glynkani ist irgendwie, also Aegon ist aus irgendeinem Grund kleiner geworden zwischen den Jahren, aber sei's drum. Ja, bei Aegon muss ich sagen, weiß ich, wenn ich gerade an der Stelle, ich kann's auch später machen, aber ich kann ihn gar nicht einschätzen, ich hab gar keine Ahnung, wie er drauf ist, wir kommen dann ja später noch zu einer Szene, wo er auch mit Bürgern redet und so, und der ist ja auch ganz anders, als ich gedacht hätte und hier ist er wieder mal zwischen, ähm, ich interessiere mich für nix, äh, dann bin ich aber irgendwie mal wieder knallhart und, also, der ist für mich noch echt ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, der ist, äh, jemand, glaube ich, der gerade sehr seine Grenzen austestet, also das siehst du ja vor allem bei, bei Thailand Lannister, dass er wirklich, also erst macht er diesen Witz, ja, ja, hier, äh, er sollte euch als königliches Ross benutzen, und dann wird da erst so verschämt drüber gelacht und man merkt es, Aegon meint es verdammt ernst an der Schule. Tu es, tu es. Es ist, ich muss sagen, ich fand die Szene wirklich grandios, wie diese Ratssitzung immer wieder unterbrochen wird, weil Thailand Lannister von diesem kleinen Kind belästigt wird, mit der, mit der Kugel. Ich meine, das ist ja auch irgendwo normal, also es ist, äh, wobei, ähm, ich muss sagen, ich finde diesen Zug an Aegon auch interessant, dass er seinen Sohn da mit ransetzt. Ja, der ist natürlich noch sehr jung, aber man muss bedenken, Aegon war ja immer so ein ungeliebtes Stiefkind von Viserys und das heißt, der hat ihn auch nie wirklich auf den Thron vorbereitet, also dass Aegon keinen Bezug auch zum kleinen Rat hat, das ist wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen Viserys Schuld, ne? Aber auf der anderen Seite war Aegon ja auch nie als Thronfolger vorgesehen, sondern Rhaenyra, ne, und die war ja schon früh Mundschenk. Ich muss mal kurz hier, äh, weil das ist schon wichtig, das tagespolitische Geschehen rekapitulieren. Also, äh, der Status Quo ist, dass, äh, Otto sagt, dass sie Briefe ins Grüne Tal geschickt haben zu Lady Arryn und dass dort aber bislang nichts zurückkam. Dann heißt es aber, äh, dass sie zumindest die Sturmlande gesichert haben durch Aemond, der sich ja bekanntlich eine Baratheon-Tochter aussuchen durfte in der letzten, also in der zehnten Folge haben wir ja gesehen, ne? Lady Floris Baratheon und deren Ehepakt soll ihnen das Haus sichern. Tylan Lannister springt dann auch noch ein, also das ist sein Bruder Jason Lannister, man muss ja wissen, das ist hier derselbe Schauspieler, weil das sind Zwillingsbrüder, also Jason und Tylan Lannister. Und Tylan ist lustigerweise dann, soweit ich weiß, der, der Urgroßvater von Tywin Lannister, aber ist jetzt auch egal, äh, also sein Bruder Jason, der zieht Streitkräfte zusammen auf Burg Goldzahn im Westen, also sprich, die Lannisters scharen ihre Leute um sich und, äh, Otto sichert dann auch, äh, dem König zu, äh, dass, äh, sein Neffe Lord Ormond in Alsace beziehungsweise Oldtown, also da, wo die Hightowers eben ihren Familiensitz haben, äh, dass die dort Männer zusammenziehen und dass die auch, äh, ohne großartigen Widerstand in die, bis in die Flusslande werden vorrücken können. Und Alicent ist aber eigentlich so die Einzige, die dann fragt, ja, hat Rhaenyra denn eigentlich auf meine Briefe reagiert? Also sie ist eigentlich die Einzige, die noch irgendwie so diplomatisch vorgehen möchte oder wie, wie habt ihr das gesehen? Das war auch die Einzige Info, die bei mir hängen geblieben ist. Alles andere, politische, das war mir zu viel, zu viel Name-Dropping. Dachte ich, okay, das müssen wir eh nicht merken, das sehe ich ja später bestimmt irgendwie. Ja, ja, verstehe ich. Klar war es schön, dann so bekannte Namen wie Lannister mal wieder zu hören und dieses und jenes, aber ansonsten habe ich dem nicht folgen können. Nur das mit den Briefen, das konnte ich mir auch noch merken und dachte mir, ach, das ist ja schön. Ich dachte mir auch irgendwie ein bisschen auch naiv, da Briefe hinzuschicken, wenn dein Sohn gerade den Neffen da ausverseht getötet hat. Weiß nicht, wie das, wie so Briefe dann, also überhaupt zu erwarten, ob sie mir geantwortet hat. Und also, weil das klang ja so durch wie von wegen, hat sie meine Entschuldigung angenommen oder hat sie es verstanden? Ja. Fand ich ein bisschen doof, aber ich fand es gut, weil das da schon auch ihren Charakter so ein bisschen weiterentwickelt hat. Also, dass sie nicht so auf Krawall gebürstet ist quasi, dass sie schon noch Hoffnung irgendwie hat. Und ich meine, die waren ja auch beste Freundinnen. Ja. Und sie kann ja nun wirklich nichts dafür, dass jetzt Ayamond da den Sohn da und Drachen abgemochelt hat. Aber ihr muss dann auch klar sein, ich meine, alleine wie sie ja rumgetobt hat, als Ayamond das Auge verloren hat in Staffel 1, da denke ich mir, okay, da ist ein bisschen noch was Schlimmeres passiert. Du wolltest ja damals auch immer Rache haben, Rache, Rache, Auge um Auge. Jetzt ist ein bisschen was Schlimmeres passiert als Auge um Auge. Und ich glaube, du hättest dich in Staffel 1 mit dem Brief Entschuldigung auch ja nicht zufrieden gegeben. Also, fand ich auch ein bisschen strange. Ja, es ist, ich glaube, bei Alicent ist das Ding, die sieht das, glaube ich, noch so in diesem familiären Kontext. Und alle anderen sind eigentlich schon so mit militärischer Denkweise zugange. Also, dieser Meister Orwell sagt dann ja auch zu ihr, ja, nee, es kam noch nichts zurück. Und dass die Gurgel abgeriegelt wird von der Velaryon-Flotte spricht jetzt nicht gerade für Verhandlungsbereitschaft. Ja, und ja, Manu, ich glaube, ich frage dich gar nicht erst, was du von dem ganzen Newsflash mitbekommen hast. Nö, war gegen mir so wie David. Also, ich habe nichts hinzuzufügen. Ja, dafür sind wir da. Aber bei Alicent habe ich immer noch das Gefühl, weil sie es ja immer wieder probiert, bei Renüra, dass sie noch so ein schlechtes Gewissen hat, dass sie damals Viserys geheiratet hat. Weil da hatte ich noch so das Gefühl, da ist sie so ein bisschen reingedrängt worden, auch von Otto und so. Ja. Klar hat sie es später dann schon bereitwillig gemacht und schon auch, würde ich sagen, Gefallen daran gefunden. Aber sie hat immer noch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass das so überraschend kam und ihre Freundschaft da zerbrochen ist. Vielleicht stellt sie sich intern immer irgendwie vor, Mensch, was wäre gewesen, wenn das dieses und jenes nicht aufgetreten wäre. Und dass sie jetzt in so einer Maschinerie drin ist, die sie selber nicht mehr aufhalten kann. Ja, sie hat ja auch, man darf nicht vergessen, ich glaube, die haben ja in Rhaenyra am Ende der ersten Staffel nicht nur einen Brief zugestellt, sondern auch diese Buchseite aus ihrer gemeinsamen Kindheit und Jugend. Also, das war ja dann auch wieder so ein Wink mit dem Zaunpfahl eigentlich. Und wir hören dann ja auch später, dass ihre Söhne, also sowohl Aegon als auch Aemond, sich da gewaltig dran stören, dass ihr anscheinend noch irgendwas an Rhaenyra liegt. Weil Aegon ist wirklich nur in dem Modus, ja, ihr hättet sie schon längst töten sollen, als es noch ging. Also, mehr hat der dann auch nicht beizutragen. Aber ich glaube, dass sie halt trotzdem, also sie sicherlich irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, auf Versöhnung aus oder so. Oder dass es vielleicht irgendwie doch nochmal, ja, friedlich halt mit ihr geklärt werden kann. Aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie jetzt irgendwie was gibt. Also, dass sie jetzt irgendwie, also erfährt man vielleicht auch nicht, aber sie macht jetzt auch nicht irgendwie ein großes Angebot oder so. Sondern sie hätte es für sich vielleicht gerne, wäre sie gerne im Reinen und hätte das gerne, dass sie wieder irgendwie, ja, zumindest reden können oder so. Aber das ist ja schon auch so ein bisschen eigen. Sie sieht das halt immer noch in so einem intimen Familienkontext, ne, von wegen es ist ein Familienstreit, dem wir jetzt irgendwie beilegen und nicht mehr, ich meine ganz ehrlich, die schmieden da alle um sie herum einfach nur noch Kriegspläne, ne. Ja, also, und das eigentlich auch schon wirklich seit, also das war ja auch schon gegen Ende der ersten Staffel, da wurde sie ja auch förmlich überrumpelt von wegen, oh ja, Viserys ist tot. Ja, wir müssen jetzt das machen, wir müssen Rhaenyra hier einen Attentäter schicken und Rhaenys wird eingekerkert und sonst was, ne. Ja, also da war sie ja völlig, völlig überfordert mit, die hat ja nicht mal Möglichkeit, um den König zu trauern, weil ja im Hintergrund eigentlich alles schon vorbereitet wurde seit Jahren. Und wer da ja auch durchaus dann auch die Fäden zieht, ist Tailand Lannister, der dann ja auch meint, dass sie gegen die Seeschlange, also um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, diese Blockade zu zerschlagen um King's Landing, dass die Flotten der Lannisters und Hightowers verstärkt werden sollen und dass sie vor allem auch einen neuen Meister der Schiffe ernennen müssen. Und hier fällt dann auch, weil ihr ja ein bisschen auf Name-Drop wart, hier Lord Dalton Greyjoy wird hier erwähnt, als eine Option, neuer Meister der Schiffe zu werden und damit kann man sich dann natürlich auch, ja, die Greyjoys sind ja nun mal eine reine Seemacht, ähnlich wie die Velaryons und wenn man sich die sichern kann, dann hat man zumindest eine Möglichkeit, auf See auch irgendwas zu reißen. Das Ganze wird dann aber unterbrochen, weil Aemond in den Saal kommt und Alicent ist das überhaupt nicht recht, weil der gehört ja eigentlich überhaupt nicht zum Rat, aber der kommt dort auf Anweisung des Königs und der sagt dann ja auch, ja, hier, das ist einer meiner besten Kämpfer. Und Aemond ist dann auch sofort, ja, auch im Militärmodus, ne, geht dann zu dieser Karte, sagt dann, dass der Weg nach King's Landing für den Feind eigentlich direkt durch die Flusslande führt und dass sie am besten, ja, eine Barrikade errichten sollen auf Harrenhall. Das fand ich dann auch interessant, weil das spiegelt sich dann in einer anderen Szene später dann nochmal wieder, wo Damon genau das gleiche vorschlägt und da merkt man wieder, wie sehr die sich ähneln, ne, also nicht nur optisch, sondern dass die wirklich so, also, für mich zieht das schon länger so herauf, kann halt nur einen Sheriff in der Stadt geben zwischen den beiden, ne, also da wird's noch ordentlich knallen, denk ich mal. Die sind ja auch vom Look her ähnlich, ne, wenn da keine Augenklappe hätte. Ja, ja, genau. Genau, und, also, ähm, du merkst auch von Aemond ist, also, Daemon ist irgendwo auch sein Vorbild so ein bisschen. Naja, und der war auch so, fand ich, der Einzige, oder was heißt der Einzige, das haben wir ja schon alle so ein bisschen einfach geredet und gelabert und wirklich irgendwie was bei rumgekommen ist, jetzt auch nicht. Ähm, vielleicht hatten sie auch noch keine Zeit dazu, äh, jetzt zu einer Konklusion zu kommen, aber er kommt halt rein, sagt hier, das müssen wir machen, los. Es geht's. So hatte ich so das Gefühl, so von der, vom Auftreten her und Aegon wahrscheinlich folgt ihm und hält halt was von ihm und zack, ne, nicht hier lange rumreden noch mit diskutieren und, sondern da ist jemand, der hat eine. Direkt lösungsorientiert. Vorerst auftreten und eine Lösung, genau. Ja, und er beeinflusst ja Aegon auch damit, der sagt ja dann auch, ja, entweder hier die Flusslords, die beugen das Knie oder die kriegen unsere Drachen zu spüren und, äh, hier von wegen unsere beiden Drachen, also Varga und seiner eben Sonnenfeuer, die, die brennen die Blockade einfach nieder. Dann gibt aber Alicent halt zu bedenken, ja, die Gegenseite hat halt auch Drachen, ne, und wir sollten die vielleicht eher mit Bedacht einsetzen und, äh, ja, Varga soll dann hier vielleicht jetzt doch eher die Stadt bewachen und da merkt man auch, wie gelangweilt Aegon eigentlich ist von der Macht, weil er will halt direkt mit seinem Bruder nach Riverrun fliegen und das selber klären. Und dann muss ja in Christen Cole drauf hinweisen, ja, also als König müsst ihr jetzt nicht selber fliegen und euer Leben riskieren, Majestät, ne? Ja, das war niedlich. Aber da ist Alicent dann quasi so das, das Gegenstück von, äh, Rhaenys, ne, so die, so die, die ein bisschen bremst und auch so ein bisschen, äh, sagt hier, also die quasi diesen, diesen Blutdurst der Männer so ein bisschen versucht zu bändigen. Ja. Ja, und Eamon, ja, wie Damon, das haben wir ja schon besprochen, und Aegon ja sowieso und, und die Lösung, die Eamon vorgeschlagen hat, die schmeichelt Aegon natürlich, weil der kann sich ja als König nicht vorstellen, dass er, oh Gott, verlieren könnte. Ja. Deswegen die einfache Lösung hin, abmetzeln, das, äh, schnell hinter mich bringen, damit ich mit meinem Sohn Hopper hopper reinterspielen kann. Also, also, obwohl, selbst Otto Hightower muss dann ja einräumen von wegen, ja, seit dem Tod von Viserys wurden jetzt schon einige Fehler gemacht und wir sollten uns vielleicht lieber in, in Geduld üben und ja, hier, ich, ich schick ständig Raben aus und hol euch die und die Häuser, die sich dann zu euch bekennen und ihr, ihr habt ja, seid ja auf der sicheren Seite und man merkt, Aegon interessiert's überhaupt nicht. Also, dann, dann, dann kreiselt der da auch wieder mit seiner Kugel rum, also, ich, ich fand es wirklich großartig, wie der, wie der Sohn von ihm und er exakt gleich auf diesen Rat reagieren. Ne, das, das war richtig super. Ähm, wir haben dann noch eine, eine Szene mit Alicent, die dann vom kleinen Rat kommt, also die Sitzung ist dann beendet und dort steht niemand anderes als Lord Laris. Äh, wenn ihr euch an den noch erinnert habt, oder? Laris. Ne, ich hab mir aufgeschrieben, Lord, Fragezeichen. Lord Klumpf. Ich hab Lord Laris Hinkebein aufgeschrieben. Ja, ja, so, 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 so wird er, glaub ich, auch genannt, Laris Herr Klumpfuß oder was, ne, also er ist ja, er ist jetzt der einzige, ich glaub, der ist der einzige Sprössling von House Strong, weil er hat ja seinen, äh, Bruder und seinen Vater, äh, liquidieren lassen, ne, per Feuer und, äh, 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 er wartet dann ja auf Alicent und, ähm, meint dann, also er, er wollte sie eigentlich schon vor der Sitzung sprechen und ne Zofe hatte ihr dann aber gesagt, dass sie da unpässlich sei. Okay, ja, und wenn man jetzt weiß, was sie da getrieben hat, dann, äh, äh, dann, dann erklärt sich das auch von selber, ne? Und Laris setzt dann aber noch, äh, was ihr gegenüber fort, was auch schon am Ende der ersten Staffel kam, nämlich, er, äh, teilt ihr mit, dass er, äh, die gesamte Dienerschaft unter die Lupe genommen hat und jetzt alle ausfindig gemacht haben dürfte, die ihr Vertrauen missbraucht haben. Und, äh, ja, er sagt das dann in seiner nonchalanten Art so, ja, diejenigen verbrauchen jetzt keine Luft mehr, beziehungsweise weil nicht mehr unter uns. Und hier wird möglicherweise auch eine Lücke geschlossen, ähm, die sich ergeben haben könnte, äh, aus der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, denn, ähm, in der ersten Staffel stellte sich ja heraus, dass Alicent eine Spionin in ihren Diensten hatte, nämlich diese Zofe Talia. Ja, und die wurde gespielt von Alexis Rabin und Alexis Rabin ist die Frau von dem Regisseur Miguel Sapochnik. Und da der vom Haken ist, auch eher so unter, äh, nicht so wohl ganz einvernehmlichen Umständen ist sie jetzt auch weg und, äh, also sprich, die taucht in der Staffel nicht mehr auf und darüber wird dann jetzt wohl deren, deren, äh, Fehlen erklärt an der Stelle, denke ich mal. Ja, okay. Ja, ich fand das generell halt, ähm, schön, wie ihr dann sagt, ja, äh, die wurden mehr oder minder entsorgt und ich hab sie ausgetauscht gegen andere. Mhm. Da dachte ich schon, oh, und, und das sieht man ja dann auch in den, in einer der nächsten Szenen, wie, äh, wie toll sie das findet, ne, die Alicent. Und, oder wie, wie sie einfach merkt, dass sie jetzt ja noch weniger Freiheiten hat, obwohl Hinkebein, das merkt man ja schon immer, den mag sie nicht so richtig. Aber jetzt rückt er ja immer näher an sie ran, so als würde sich tatsächlich so langsam so die Schlinge um sie zuziehen von, äh, Laris, der dann ja noch mehr Einfluss kriegt und noch mehr dann weiß quasi, dass er gar nicht mehr frei reden kann. Und so, als hätte sie ständig Wanzen um sich herum, weil sie natürlich schon checkt, okay, wenn er die eingesetzt hat, dann werden die ihm ja verpflichtet sein, äh, und ihm alles erzählen, was ich betreibe. Ja, ja. Ja, äh, also noch mehr als vorher und dann merkt man schon, das macht ihr Angst. Ja, er könnte vor allem auch das mit Christon, äh, Kraut, ich glaube, dass er das schon längst weiß und dass er das als Druckmittel einsetzen wird, ne, also ich meine, die haben ja schon, ich, ich würde nicht sagen, dass sie ihn nicht leiden kann, aber das ist schon so eine Geschäftsbeziehung irgendwo. Ich hab mich ein bisschen gefragt, weil ich mich nicht mehr ganz erinnert hatte, er hat ja schon sehr viel Macht, wenn er da einfach, äh, ich weiß nicht, das halbe Personal um die Ecke bringt, ja, und einfach neue Leute einstellt, äh, er hat ja schon eine sehr machtvolle Position. Ja. Äh, hab mich jetzt nicht mehr daran erinnert, äh, wie er an die überhaupt gekommen ist oder ob das, wie so deren Verhältnis war, ne, aber. Ne, er hat sich ja quasi ja schon, er erpresst ja schon damit, dadurch, dass er ja seinen Vater und seinen, seinen Bruder umgebracht haben, die ja dabei waren, mehr und mehr Einfluss zu gewinnen, quasi, und da hatte sie doch in der ersten Staffel sich gewünscht, dass das doch nicht mehr so, äh, sein sollte, und dann hat er die ja einfach umgebracht, und das war ja eigentlich gar nicht ihr Ansinnen, aber damit, äh, weil er hat das quasi so als Auftrag verstanden, und ich meine, er erpresst sie damit, quasi zu sagen, ja, aber du hast mir doch befohlen, das Haus hier quasi einfach zu moxen, wenn das ist. Wenn er erst mal in Publik wird, äh, dann aber hol er die Waldfee. Und die darf ihn, die darf ihn ja auch bespaßen, äh, mit, äh, der hatte ja einen kleinen Fußfetisch, ne? Ja, stimmt. Das war ja so ein bisschen, obwohl, obwohl ich das eigentlich, also, äh, schöne Grüße an die Kollegen Stu und Paul, die hat das ja damals sehr gestört, das ist auch eine Erfindung der Serie, ich find's eigentlich, also mich hat's jetzt im Rewatch nicht gestört eigentlich, das, das passt auch irgendwo in seinen Charakter, sag ich mal. Ne? Also, als, weil, weil der, der ist ja mit, mit Klumpfuß geboren tatsächlich. Also, würde ich mich dir anschließen, David, dass, äh, die unterstehen halt eher ihm, als ihr, diese neuen Zofen, und deswegen schickt sie die auch relativ schnell weg, und, äh, ja, man merkt, die traut eigentlich keinem mehr so richtig, ne? Ja. Also, äh, ich mein, die ist ja immer noch die, die Königin Mutter oder die Königin Regentin zumindest, und, ja, die, äh, wischt sich ja wohl sonst kaum alleine, denk ich mal. Wir haben dann den, äh, den Übergang, äh, eigentlich nur eine relativ kurze Szene, äh, mit Rhaenyra, die immer noch an Sturmkapp steht, äh, auf den Felsen, und da muss ich nochmal sagen, äh, weil wir ja auch schon meinten, dass so Screener auch gerne mal unfertig aussehen, und dass auch an der ersten Staffel kritisiert wurde, äh, also, unter anderem auch von mir selber, dass die Drachen bei, bei Tag nicht so gut aussehen wie in der Dunkelheit, also, dass man da eher so ein bisschen stilisieren sollte, äh, hier sah das richtig gut aus, oder? Ja, ich hab grad kurz gestockt, was du sagtest, nur eine kurze Szene, ich find, die Szene ist, a, ja, ziemlich wichtig, kommen wir gleich drauf, und b, äh, ich hab mir hier in dicken, fetten Buchstaben ausgeschrieben, dass der Drache absolut geil aussieht, also, Ich dachte, okay, das ist endlich mal House of the Dragon, mitten am Tag, die haben richtig Eier gezeigt, und zeigen einfach, was sie können, und da hab ich, also, weiß ich nicht, was man da besser machen kann, das sah einfach nur fantastisch aus. Und auch wieder eine geile Kamerafahrt übers Meer, ne, also, ach, liebe ich, äh, jedenfalls, ähm, Rhaenyra sieht dann von weitem, glaub ich, unten irgendwie Fischer, die, äh, also, da ist irgendwas angeschwemmt worden, hatten wir ja schon, glaub ich, vorhin gesagt, ähm, und, äh, sie, äh, geht dann auch direkt mit ihrem Drachen dahin, und, ja, wie das so ist, diese Fischer haben halt Angst vor dem Drachen und nehmen bereits aus. Ja, ich dachte schon, oh, oh, kann sie sich da im Zaum halten, oder was passiert, ne, da war ich kurz so, ah, die verbrennen die jetzt alle. Ja, aber ich glaub, hätte sie das natürlich jetzt gemacht, dann hätte sie natürlich auch, sie hat ja dann jetzt in den Fischernetzen, äh, ich glaub, einen Umhang oder so, wahrscheinlich dann, ne, von, äh, Luke gefunden. So einen Drachenflügel, oder? Ja, und Drachenflügel, genau. Ja, ja. Und das hätte sie dann natürlich auch vielleicht gar nicht gesehen, das wäre dann wahrscheinlich alles untergegangen und verbrannt, und dann wäre es, wäre quasi, die, warum sie überhaupt da ist, äh, die Idee ja hinfällig gewesen, von daher macht's natürlich dann doch Sinn, dass sie's nicht gemacht hat, aber man hatte so im Kopf so, oh, oh. Ja, 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 die, die Drache, der kam denen schon ziemlich nah an, ne, ja, 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 äh, also, es wäre auch wirklich extrem dumm gewesen, von Rhaenyra die da abzufackeln, weil das hätten die zwar, ja, gut, früher oder später hätten's dann welche mitbekommen und dann hätte sie halt als extrem grausam gegolten, ne, und ich mein, die will ja, die will ja ihren Thronanspruch durchsetzen, also, das wäre denkbar dumm gewesen. Äh, jedenfalls, ja, äh, findet sie dann da, sie findet einen Umhang, sie findet ein Stück irgendwie vom Drachenflügel, ist schon sehr unangenehm und dann, die, die Leiche findet sie aber, glaub ich, nicht, ne, alles nur so verstreute Stückchen. Ich dachte erst kurz, dass sie so einen verkohlten, äh, Kinderkörper gefunden hat, aber das war dann tatsächlich, glaub ich, eher nur so Stoffreste, aber das sah kurz so aus, als läge eine verkohlte Leiche auch da irgendwie mit drin. Ja. Aber ich glaube, das war eher, war eher irgendwie der letzte Muskel von diesem Drachenflügel, wo dieser Stoff drumrum gewickelt war und jetzt nicht ein verbrannter Kopf oder sowas. Äh, aber es reicht dann schon, äh, ja, sie kann sich dann so, also, ich mein, sie wird ja wahrscheinlich auch die Kleidung ihres Sohnes wiedererkennen. Ja, das, und da muss ich jetzt, äh, generell für die ganze Folge muss ich mal echt Emma Darcy einmal mehr einen Riesenlob aussprechen. Und, äh, die spricht in dieser Folge fast gar nicht, die sagt einen einzigen Satz und, äh, gerade in der Szene hier, äh, brilliert die regelrecht, finde ich. Also, du, du spürst es wirklich, diese komplette emotionale Zerschlagenheit von der, äh, wie die auch wirklich kurz davor ist, da förmlich emotional dran zugrunde zu gehen und du, also, du merkst ja selbst, ihr Drache spürt das ja und nähert sich ihr ja sogar schon an. Also, der spürt wirklich ihre Trauer in dem Moment. Fand ich, also, ist, ist eine sehr wichtige Szene. Ich fand, ich fand die ganz toll tatsächlich, wirklich. Und vor allem toll gespielt. Ja, ich muss sagen, da, ich hatte in der ersten Staffel noch Probleme mit ihr, ähm, weil da einfach, der Wechsel, ne, ja, die junge Rhaenyra von Millie Alcock einfach zu präsent noch war vor dem Schauspielerwechsel oder Zeitwechsel, ne, und ich fand sie halt einfach schon super. Und dann, ja, mit dem Wechsel war ich da nicht so ganz warm, aber diese, ich sag jetzt mal, Altlasten nach zwei Jahren sind halt weg. Und, ähm, darum fand ich es jetzt auch so wie du, muss ich sagen, ich fand es ganz stark, auch in den späteren Szenen noch, wo sie dann auftritt, äh, fand ich, habe ich mich mittlerweile sehr gut mit ihr anfreunden können, ja. Ich fand es ganz toll, wie sie aussah, weil ich sie auch, aus der ersten Staffel ja, ist sie ja auch oft schwanger oder in irgendeiner, in irgendeiner Folge ist sie ja schwanger und dann schaut sie auch wirklich schwanger aus und auch ein bisschen, äh, wie man halt ist, so ein bisschen aufgeplusteter, ne, man, äh, hat sehr gut, äh, eben was angefuttert, weil sie ja, äh, ja, noch einen Körper zu versorgen hat. Ja, und das sieht man da auch und ich war total überrascht, wie dünn die jetzt ist oder wie, also dass sie halt nicht mehr so, so kräftig wirkte und da dachte ich, oh, eigentlich eine coole Wandlung, dass man jetzt sieht, sie ist jetzt in einer anderen Lebensphase, wirkte auch ein bisschen gereift, obwohl jetzt nicht viel Zeit vergangen ist, aber generell fand ich das stark, dass sie ja tatsächlich bis jetzt zu dieser Folge, ah, hat man sie noch nicht lange gesehen, ich glaube, es hat ja eine Viertelstunde gedauert, bis wir sie überhaupt, überhaupt das erste Mal gesehen haben und jetzt eben kurz nochmal, aber sie sagt immer noch nicht, also ihre ersten Worte, die kommen ja erst noch. Und das sind dann auch die einzigen. Ja, ja, ich dachte ja auch tatsächlich, dass, dass eher so ein bisschen die ganze Folge auf sie zentriert wird, aber das ist das ja gar nicht. Nee. Aber obwohl sie so wenig da ist und so wenig zu tun hat, ist es trotzdem irgendwie auf sie zentriert, weil es spielt ja alles in der Rolle, ne, sie, keiner kann Krieg anfangen, weil sie noch nicht zurück ist, ne, und, äh, also trotzdem dreht sich noch alles irgendwie um sie rum und, äh, obwohl sie wenig Screentime hat und wenig zu sagen hat. Ich fand das ganz, äh, ganz toll gelöst. Ja, sie drückt sehr, sehr viel mit ihrem Minenspiel aus in, in dieser Folge. Fand ich ganz, ganz wirklich klasse. Äh, wir machen dann, ja, den Wechsel nochmal zu King's Landing und zu ihrem, äh, unseligen Bruder Aegon. Äh, der halt wirklich genau das Gegenteil von ihr ist, äh, denn der wird flankiert von seinen, äh, Wachen, zu denen auch, äh, Saaric Cargill gehört. Äh, äh, in den Thronsaal, äh, stackst er und da wird dann halt diese ganze Litanei aufgezählt, also Herr der sieben Königslande und Beschützer des Reiches, äh, und, äh, was weiß ich. Und, äh, was ihm dann aber sehr missfällt, ist, dass er Aegon der Edelmütige genannt wird. Hier war nichts Besseres eingefallen. Ja, wirklich so, so, äh, da war wirklich so ein Blick zu diesem Typen von wegen so, Bitch, please. Fand ich, fand ich. Und dann so ein Schulterzücken zurück, ne, so. Ja, ja, das, und, äh, also jedenfalls setzt er sich auf den eisernen Thron, Otto als Hand davor und dann sehen wir etwas von ihm, äh, was man, ich glaub, von Joffrey hat man sowas noch nie gesehen? Oder hatte man sowas noch nie? Bei Daenerys gab's das mal. Es gibt Bitchsteller und, äh, der erste von denen ist auch so nervös, dass er direkt irgendwie Lacher auslöst. Aber da muss man sagen, und da sind wir wieder bei dem, dass man Aegon zumindest in dieser Rolle als König noch nicht so richtig einschätzen kann, der verhält sich gar nicht mal so arschig, wie man erwarten würde, ne? Ja, so, von wegen, der Wille ist da. Ja. Aber die Erfahrung fehlt noch, das merkst du immer ganz klar an. Ja. Ja, äh, generell war mir die, die ganzen Szenen wieder ein bisschen zu witzig, also zu Comic-Relief-haft teilweise. Okay. Obwohl ich es aber ganz toll fand, also, weil das sind ja auch so Dinge, die ich mich, die man sich ja selber fragt, wie würde ich reagieren, wenn ich König bin, ne? Und das ist ja auch generell so die politische Landschaft, mit der wir uns gerade auseinandersetzen, dass man Kompromisse aktuell ja schwer findet oder sich das nicht vorstellen kann, dass eben nicht alles schwarz-weiß ist, sondern man muss auch mal unangenehme Entscheidungen treffen. Und da versucht er natürlich direkt, ich weiß nicht, wie viele Sitzungen der schon hatte, natürlich direkt erstmal hier alle glücklich zu machen, ne? Ähnlich wie bei Bruce Allmächtig, ne? Einfach alle Gebete mit Ja beantworten. Und so kam mir das ein bisschen vor. Aber das geht halt, das kann ja dann auch im Chaos enden, ne? Ja, ich fand das ganz interessant. Ich hatte ja vorhin gesagt, so ein Buch mit sieben Siegeln, ne? Also ich hab's noch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, es ist so ein bisschen halt, ja, was du sagst, er ist, auf der einen Seite will er eine harte Hand haben und so, aber wenn er, und auch von der Erscheinung her, aber wenn er dann den Leuten gegenübersteht, um die es jetzt wirklich geht, dann ist es doch wieder eine ganz andere Sache. Dann wird man irgendwie, ja, doch weich und will ja, dass, äh, dass seinem Volk vielleicht auch gut geht, ne, seinen Leuten und ist da dann, weiß gar nicht, wo ist hier überhaupt irgendeine, eine Grenze, die vielleicht auch dann mich irgendwann schädigt, wenn ich jetzt zu allem Ja und Arm sage. Ähm, und wie macht man das überhaupt? Und da hat er ja noch einfach wirklich gar keinen Plan, denke ich, ähm, und ist da in einer Phase, wo er dann ja noch die ganze Zeit von, ähm, Otto Heithauer dann halt belehrt wird, ne? Oder zumindest Ratschläge bekommt, ey, mach mal vielleicht ein bisschen langsamer, wenn du noch in den Krieg ziehen willst, dann gib mal hier nicht all deine Schafe her, die brauchen wir noch. Ja, also als, als wäre er tatsächlich in sein Volk in, 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 in einer Art und Weise irgendwie verliebt, dass er sagt, okay, zu meinem Volk bin ich gut, aber meinen Feinden, den gebe ich es richtig. Ja, ja, ja. Ähm, aber dass halt nicht beides, also dass man trotzdem da gucken muss, ja, äh, du kannst das Volk jetzt auch nicht verwöhnen, äh, genau, das ist eben das, was man noch nicht so weiß, ne? Also ist da wirklich einer, der sagt hier, das ist mein Königreich, das beschütze ich, ich möchte, dass es ihm gut geht und alle, die uns, mir was anhaben wollen, äh, die mache ich fertig. Und jetzt muss er eben erfahren, dass das tatsächlich dann auch mit Kosten verbunden ist. Ich fand das toll und ich hatte so das Gefühl, dadurch, dass jetzt Otto, der ja dann ständig immer wieder spricht und sagt, ja, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, dass das vielleicht so der Wandel ist, den wir in den nächsten Folgen sehen werden, dass der da immer weniger Lust dran verspürt und dadurch weiter abhärtet, äh, und, und vielleicht auch zynischer wird seinem eigenen Volk gegenüber oder dass es ihm dann mehr und mehr egal wird, dass man da tatsächlich mal so diese Wandlung sieht. Warum ein König nicht immer, äh, oder die Königin, die wir so erleben, nie so richtig geil ist oder richtig gut ist. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass wir Otto noch lange als Hand sehen werden. Ähm, könnte möglich sein, ja. Da wird doch, kommen wir doch gleich noch zu, wird doch noch was angedeutet. Ja, ja, das ist ja, ist ja auch sehr interessant, dass, ähm, Laris in dieser ganzen, äh, Bittsteller-Sequenz, dass der oben auf der Empore steht und sich das ansieht, ne? Ach, echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er steht über den Dingen, ne? Also auch so eine, eine Pose, die früher auch Varys hatte, zum Beispiel auch in Game of Thrones. Und man merkt ja dann auch, wie er dann, äh, in einer anderen Szene, wo wir gleich noch zu kommen, wie er dann da auf, äh, Aegon auch einwirkt und dann schon so einen Samen dafür pflanzt, ne? Ja, stimmt. Ah, stimmt, das ist direkt die Szene, die ich meine. Ja, ja, genau, genau. Da ist ja dann, wo er dann in seinen Kopf schon so reinpflanzt, ja, vielleicht, genau, denk mal so. Und der macht das echt gut, der integriert einfach, also der, äh, der ist ein richtiger Intrigant. Ja, vor dem Herrn. Und der macht das wirklich immer so und da hat man auch gemerkt, okay, er sagt nicht zu viel, weil er will, dass der König Aegon selber draufkommt. Ja, die eigene Idee, ne? Genau, also ähnlich so wie bei Inceptions quasi. Ja, ich kann es gerade sagen. Dass er ihm was einpflanzt, ja. Ja, ja, er pflanzt ihm das im Kopf auf jeden Fall. Ähm, ich, ich muss aber sagen, also da muss ich, äh, David jetzt ein bisschen widersprechen. Also klar, die Szene war schon irgendwie ein bisschen amüsant, aber, ähm, ich fand jetzt eigentlich nicht, dass die jetzt so, ich sag jetzt mal ganz böse, auf Comic Relief getrimmt war, weil, äh, durch diese Bittsteller, die da, äh, vorsprachen, also ob es jetzt dieser Schaf, äh, Hirte war, der irgendwie, äh, äh, ein Zehntel seiner, seiner Herde behalten wollte oder, oder zurückhaben. Oder auch die, 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 die Schmieden, wo jetzt der Preis von Eisen gestiegen ist, die, die jetzt einen Vorschuss haben wollen, damit sie überhaupt diese Skorpione herstellen können. Oder aber auch, dass, äh, jemand anderes, äh, von wegen, wir, wir kriegen kein Salz mehr aus Essos. Da wurde sehr schnell aufgezeigt, wer eigentlich unter diesen Sanktionen als allererstes leidet, nämlich das kleine Volk, ne? Mhm. Und er versucht es denen ja dann irgendwie auch fast ein bisschen recht zu machen und bekommt dann ja von Laris auch, äh, gesagt von wegen, ja, also hier, wie ihr mit dem gemeinen Volk umgeht, das erinnert mich ja total an König Jaehaerys, äh, schleimt er sich ja dann noch ordentlich bei ihm ein. Und, äh, ich fand aber in der ganzen Szene, also Otto fand ich in dieser Szene grandios, weil der steht wirklich vor dem Thron, es wird irgendwas gesagt, er steigt die Stufen hoch, äh, 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 sagt Aegon, dass das dumm ist, was er da gerade machen will, geht wieder zurück. Und dann ist, äh, ich, ich glaub, bei dem zweiten oder dritten Bitsteller, da sieht man dann Otto nur kurz, also man, in, in, von Weitem sieht man ihn, glaub ich, hochgehen, dann hört man seine Schritte und dann, wie er wieder zurückgeht, weil Aegon ja nicht mal was kapiert hat. Das war herrlich, wirklich. Ich mein, Aegon hatte ja zumindest auch mal Kompromisse machen können, wenn er, anstatt einfach zu allem Ja zu sagen, ne? Er fragt da, ja, wir müssen hier jedes zehnte Schaf abgeben, äh, können wir das, geht das? Und dann, ja, dann mach doch halt jedes zwanzigste oder, keine Ahnung, aber er hätte ja einfach zu allem einfach Ja gesagt. Das ist auch irgendwie, naja. Und da ist auch wieder so, dass der keine Vorbereitung irgendwie gekriegt hat im Vorfeld, ne? Ja, gar nicht. Also, das, das find ich auch gefährlich, also vom, vom kleinen Rat oder von der Hand. Ich glaub, ist das nicht deren Aufgabe, den auf sowas vorzubereiten? Äh, oder ich mein, hat der denn nicht auch als Kind oder als er noch kein König war, dann nicht mal zugeguckt, wie sein Vater das gehandelt hat oder wie es da abging? Ja, sein Vater hat ihn da halt nie. Man ist ja neugierig. Sein Vater hat ihn da. Ja gut, aber er muss ihn vielleicht nicht darin eingearbeitet haben, aber er wird ja bestimmt mal zugeguckt haben. Nö, ich glaube nicht. Vom Balkon aus, wie das jetzt Laris gemacht hat. Ich, ich, ich glaube nicht. Also, äh, der war auch, gut, der war ja ständig unterwegs dann später, ne? Hat Bastard da gezeugt. Der ist ein ungewolltes Stiefkind einfach gewesen. Also, das, äh, das ist ja auch interessant, als Aegon zu seiner Krönung da fährt mit seiner Mutter. Da sagt er ja auch, ich kauf dir das eigentlich nicht ab, dass Vater jetzt gesagt hat, dass ich herrschen soll. Der hat sein Leben lang an Rhaenyra festgehalten und hat mich eh nie wirklich gewollt. Deshalb versteht man dann auch, warum er so schnell daran gefallen findet, da irgendwie König zu sein in der Drachengrube, weil da merkt er halt, er wird zum ersten Mal gesehen. Die Leute lieben ihn nur für das, was er ist, nicht für das, was er getan hat. Und das will er hier im Grunde genommen auch haben. Eigentlich, eigentlich ist er ein verquerer Crowdpleaser irgendwie, der Typ. Vor allem, ich kann mir auch erklären, warum er das Volk so mag, weil er ja, bevor er die Aussicht hatte, König zu werden, er ja viel unterm Volk verbracht hat, ne? Er war ja viel in der Stadt, hat rumgehurt und sowas. Vielleicht hat er eine größere Connection zum Volk, dass er sich denkt, die haben mich an sich immer gut behandelt, ich hatte meinen Spaß dort. Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen schuld dran, wegen der Blockade und wegen diesem und Familienstreitigkeiten, dass die jetzt alle darunter leiden. Und will vielleicht deswegen dann auch denen da noch ein paar Goodies mitgeben und das Leid lindern. Das könnte ich mir natürlich nur vorstellen, dass das intern in ihm werkelt. Ja, aber er funktioniert auf der anderen Seite auch sehr simpel, wenn er halt sagt, ja hier die Blockade, die wird es eh nicht mehr angegeben, weil Varga die niederbrennt und gut ist, ne? Der ist so, der ist so wirklich so, einfache Antworten auf komplizierte Zusammenhänge, ne? Eigentlich irgendwo ein Populist, so gesehen. Kennen wir irgendwoher, ne? Ja, ja, aus der heutigen Zeit auf jeden Fall. Wir haben dann noch diese Szene mit Lord Larys eben, der ihm auflauert, der ihm schmeichelt und ihn dann eigentlich nur kurz sprechen will. Und der, ihr habt schon recht, der sagt wirklich gar nicht viel. Der setzt eigentlich nur so ein Stimulus von wegen, ja hier, eure Hand will alles im Griff haben. Und der hat auch schon Viserys manipuliert und Viserys war zu nachgiebig und ja, denkt dran, das ist nicht eure Hand, das ist die eures Vaters. Und das war's dann auch schon, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht gerade sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Nee. Also es ist schon relativ, äh, mit dem Zaunpfahl, ne? Ja, ja. Aber, ja, es ist schon auch nicht ganz dumm gemacht. Aber der setzt eigentlich nur Impulse, ne? Er, äh, er, ähm, legt ihm eigentlich nur das auf den Tisch, was da ist und sagt, ach ja, hm, ja, wie wär's, ne, hm. Er manipuliert den schon aber auf seine Art und Weise. Und, äh, ich, ich weiß nicht, ich hatte ja schon erwähnt hier, die Kollegen sind ja nicht die größten Fans von Lord Larys. Und das war ja auch so, in der ersten Staffel war es echt so der Witz, was ergibt Varys plus Littlefinger? Larys, also wirklich vom Namen her sogar. Und dann halt so, so ein bisschen Varys auf Wish bestellt. Aber, ähm, ich, ich muss sagen, ich find den Schauspieler auch gar nicht schlecht. Der spielt eigentlich auch sehr, der spielt sehr zurückgenommen eigentlich, aber doch mit einer, äh, mit einem ziemlichen Impact, hab ich den Eindruck. Also, da bin ich sehr gespannt, was man da noch von sehen wird. Was auch noch, äh, äh, wichtig ist tatsächlich, äh, kann ich schon mal sagen, im Hinblick auf Folge 2, äh, dieser Schmiedemeister, den wir hier gesehen haben, äh, Hugh heißt der, glaube ich, der, äh, also der gesagt hat, dass er am liebsten einen Vorschuss für die Krone haben, für, für das, was sie da jetzt, äh, für Aegon verzapfen sollen mit den Skorpionen und so. Also, der taucht tatsächlich noch mal auf. Aber dazu an anderer Stelle später mehr. Äh, wir haben dann noch eine Szene zwischen Alicent und ihrem Vater Otto im Turm der Hand, glaube ich. Also, Alicent sitzt in ihrem Gemach, Otto kommt herein und Alicent beschwert sich erst mal, ja, eigentlich hatte ich vor Stunden um eine Unterredung gebeten und die ganzen Bittsteller haben das anscheinend in die Länge gezogen. Man merkt dann aber, sie will mit ihrem Vater vor allem eine Unterredung, weil sie fragt sich so langsam, ja, verfolgen wir eigentlich beide noch das gleiche Ziel? Man merkt da vor allem, die sind sich sehr ähnlich in der Hinsicht, weil Otto stellt sich eigentlich genau die gleiche Frage, ne? Das kam ja in der ersten Staffel schon so ein bisschen durch, dass sie in unterschiedliche Richtungen divergieren, äh, weil sie ja auch vom Charakter her anders sind. Ja, definitiv. Äh, und, ähm, Alicent ja sowieso immer irgendwie gekämpft hat, ihren eigenen Weg zu finden. Deswegen fand ich diese, für mich war das jetzt eher nochmal eine Art Wiederholung, das nochmal zusammenzufassen, was in Staffel 1 passiert ist zwischen den beiden in der Beziehung her. Mhm. Große Erkenntnisse daraus habe ich jetzt nicht gewonnen, äh, aus dem Gespräch, außer dass man weiß, ja, sie sind sich irgendwie uneins, aber sie wollen sich zusammenraufen und, ähm, hätte ich jetzt nicht gebraucht, diese Szene tatsächlich. Weil das kam ja auch im kleinen Rat ja schon so, äh, durch, ne? Äh, ich meine, das ist ja auch, glaube ich, Thema dieses Gesprächs, dass er sie ja da wenig unterstützt hat, äh, dass sie ihn da irgendwie wenig unterstützt hat, äh, beim König. Damit sie da mit geschlossener Stimme irgendwie sprechen, um ihn zu überzeugen oder ihn, äh, äh, mehr an die Kandare zu nehmen, wieder. Ja, sie, sie, ähm, sie haben halt beide, äh, diese Vorstellung von Sieg. Ja. Na, also ihr Ziel ist Sieg, sagt sie ja ganz simpel, und Sieg ist in ihrer Welt, ja, Rhaenyra beugt das Knie, Aegon bleibt auf dem Thron und alles ist Friede, Freude, Eier. Für die Buch. Und dann feiern wir das Osterfest. Genau, richtig, zu Ehren von Viserys. Und, äh, also was, was für mich das hier schon zum Ausdruck brachte, dass, äh, ähm, von wegen, wenn du, wenn du doch am gleichen Strang ziehst wie ich, warum fällst du mir dann in den Rücken? Und sie meint auch, sie hat förmlich in dieser Sitzung des kleinen Rates, hat sie, hat sie förmlich seine Wut kochen hören. Mhm. Und er räumt dann ja ein, ja, es ist jetzt nach dem, nach dem Tod des Königs nicht alles ganz so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Sie, äh, meint dann aber auch, ja, äh, hier, du bist, du bist die Hand von drei Königen und meine Söhne sehen eigentlich sogar zu dir auf. Also, Aegon will, will sich selber was beweisen, das merkt man ja auch. Äh, Aegon ist irgendwie auf der Suche nach seinem Führungsstil. Und ähmend ist, äh, wütend, weil, ja, dieses Auge, was ihm eins genommen wurde, das, das wurde ja eigentlich nie gesühnt, ne? Na, jetzt schon. Ja, 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 auf eine gewisse Art natürlich jetzt, ne? Aber, äh, das tut dann, ähm, weh. Äh, Otto tut das auch sehr ab mit, ach ja, das war eine jugendhafte Laune, was da passiert ist, ne? Aber, ähm, eins ist dann doch interessant, weil Alicent eröffnet Otto dann tatsächlich auch ne, ne Perspektive, die, die, äh, Otto gar nicht so gesehen hat. Nämlich, dass die, die, äh, also zum einen, dass die Söhne eigentlich um seine Anerkennung buhlen und zum anderen, dass, äh, Alicent irgendwie auch nicht so mehr richtig den Draht zu ihren Söhnen hat. Also, dass auch zum, also, dass König, König Aegon eigentlich seiner Mutter überhaupt keine wirkliche Bedeutung beimisst, wenn dann immer noch so privat. Und sie befürchtet jetzt halt, dass, wenn er sie weiterhin untergräbt im Kleinen Rat, dass die sich dann beide abwenden. Mhm. Und sie schlägt dann vor als Strategie, also, das ist wirklich, Otto ist ja wirklich schon so ein Spin-Doktor, ne? Äh, sie schlägt dann vor, wir müssen Aegon eigentlich nur im Zaum halten. Und, äh, bis bei dem dann irgendwann, also, bis der sich so langsam totgeackert hat, was, was, äh, Herrschen angeht. Und bis er dann registriert, dass er da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat. Und dann können sie ihren Sieg einfahren. Aber er meint dann, ja, es ist leider mittlerweile ein gewaltvoller Weg, den wir hier eingeschlagen haben. Und, ja, das ist ja eigentlich, äh, bis das mit Aemond und, äh, Luke passiert ist, hätte es ja eventuell noch die Möglichkeit gegeben, zu verhandeln, ne? Ja. Ja, das war jetzt sehr viel, sorry. Wir, äh, wir, äh, machen dann den Schwenk, äh, nach Dragonstone, wo, äh, die Velaryon-Flotte, äh, eintrifft und auf Buffet von Lord Corlys, äh, sollen die Matrosen, äh, an, oder, ne, genau, äh, ein Schiff wird untersucht nach blinden Passagieren. Und, äh, mit an Bord ist unter anderem auch Sir Eric, also der andere Zwillingsbruder. Und, äh, der braucht auch nicht lange, bis er, äh, da irgendwie, ähm, unter Deck Mysaria entdeckt, die ehemalige Konkubine von Daemon, die ja zwischendurch zu so einer Art Unter-Unterwelt-Boss aufgestiegen war. Aber dann ja am Ende der ersten Staffel, wenn ihr das vielleicht noch wisst, ausgeräuchert wurde, ne? Und sie musste dann ja fliehen, ist auch ziemlich ramponiert, ehrlich gesagt. Ich hab die erst gar nicht so wirklich erkannt. Er erinnert sich an sie und sie erinnert sich an ihn und seinen Zwillingsbruder. Und da kann ich auch schon mal sagen, das ist auch verboding an der Stelle. Äh, war aber natürlich nur eine kurze Szene, die wird dann zu Daemon geführt. Äh, sie ist ja bekannt als der weiße Wurm. Und Daemon, der ja, äh, früher ihr eigentlich zugetan wurde, also der wollte sie ja auch heiraten, glaube ich. Zwischendurch, äh, der ist jetzt ziemlich angepisst, weil sie Otto Hightower geholfen hat, ne? Kannst du mir nochmal, da, ich hatte, also ich wusste, wer das ist und, äh, und so weiter. Aber ich hatte nicht jetzt so ganz begriffen, muss ich sagen, was sie gemacht hat, um ihn so anzupissen. Also sie ist ja dann irgendwie Informantin wahrscheinlich von, von Otto gewesen oder so, ne? Aber was, wie ist sie da jetzt auf das Schiff gekommen und was, hab ich, hab ich nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Äh, also sie ist ja ausgeräuchert worden. Also ihr, ihr, äh, ihr Bordell ist in Brand gesetzt worden von, auf Betreiben von Lord Laris höchstwahrscheinlich. Das wurde angedeutet, weil der wollte ja auch hier diese, äh, also wir hatten ja schon, ich hatte ja schon dieses Zofitalia erinnert und die war eine Spionin für Mysaria. Und Mysaria ist dann jetzt geflohen und sie hat aber vorher, äh, sie ist dafür verantwortlich, da in Demons Augen, äh, dass Aegon überhaupt zum König gekrönt werden konnte, weil die ihn versteckt hat. Und, beziehungsweise die wusste, wo er ist und hat dann ja diese beiden Zwillingsbrüder, äh, also hat den ja verraten und der Hand, wo Aegon zu finden ist. Die haben ihn ja gesucht in der neunten Folge. Ja, 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 ja. Und, äh, sie sagt dann aber, dass sie ja, also von wegen sie, sie fühlt sich Otto Hightower für nichts verpflichtet und sie hat letzten Endes nur ihren Nutzen, also sagt sie dann, sie hat ihren Nutzen eigentlich nur daraus gezogen, dass sie eben wusste, wo, äh, äh, Aegon sich versteckt hat. Und das Versteck war ja auch jetzt nicht, ich glaub, der hatte sich, äh, also unter, unter, unter diesem Feuerkreis in der Septe versteckt. Das war jetzt nicht so raffiniert. Ja, sie sagt dann auch, dass sie eigentlich, also weil, weil er denkt halt wirklich, die hat schon länger für Otto Hightower spioniert, ne, und ist halt maßlos enttäuscht von ihr, will sie auch einsperren und wirklich wie eine Verräterin behandeln lassen, obwohl sie beteuert, dass sie eigentlich keinerlei Wissen um Otto hat und auch nichts von Wert für ihn. Und wer dann aber dazwischen geht, äh, bei Damon, als, äh, der dann verlangt, dass sie wie eine Verräterin behandelt werden soll, ist Herr Arik. Denn der meint, äh, sie sagt die Wahrheit und, äh, Damon ist da überhaupt nicht von beeindruckt, weil er labert ihm dann irgendwas voll von Ehre und von wegen, ja, euch hat die Ehre auch zurückgehalten, als dieser Butch vonstatten ging. Und Erik sagt dann aber, dass er, naja, dass er und sein Bruder halt mit 18 in die Königsgarde eintraten und dass die einen Eid geschworen haben, die, äh, die Königsfamilie zu beschützen und zwar wirklich die ganze Königsfamilie. Und da merkt man eben auch dieses Dilemma zwischen den beiden Brüdern, äh, die müssen sich jetzt halt, oder die haben sich jetzt halt beide für eine Seite entschieden, aber letzten Endes sind sie immer noch verpflichtet, beide zu beschützen. Und da ist dann eben die Frage, wie verhält man sich, wenn alle Schutzbefohlenen anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen? Ja, das ist eine gute Frage auf jeden Fall gewesen, ja, habe ich auch da dann in dem Moment so wirklich realisiert und vorher war es mir jetzt nicht so ganz klar, aber sie sprechen das dann ja auch recht deutlich an. So, okay, du hast jetzt, ja, dem Könighaus deinen Eid geschworen, aber, ja, was machst du, wenn die sich halt bekriegen, ne? Ich fand das auch einen starken Satz, aber ich glaube, der war, das war schon ein bisschen als Ausrede gedacht, um das zu rechtfertigen, warum er kein Eidbrecher ist und übergelaufen ist und warum man ihm trotzdem weiterhin vertrauen kann, obwohl er mal für den Anführungsstrichen anderer Seite gearbeitet hat. Um zu rechtfertigen zu sagen, ja, ich arbeite ja gar nicht für die andere Seite, ich arbeite ja immer noch für die gleiche Seite, ich mache ja das gleiche wie vorher, nur bin ich halt dir jetzt näher. Ich glaube so, also, ich tippe mal, dass das von ihm schon so überlegt gesagt worden ist, später, wenn es zum Kampf kommt, wird, glaube ich, wird er nicht zurückziehen und sagen, ja, ich kann ja jetzt hier nicht meinen eigenen Bruder bekämpfen oder ich kann jetzt ja hier nicht die anderen Leute umbringen. Ich glaube, das würde er trotzdem machen. Ich glaube, es ist einfach nur nochmal zu zeigen, hier, ich bin vertrauenswürdig, ich habe mein Eid nicht gebrochen, ich werde es noch quasi. Ja, obwohl, er hat ja gesagt, dass er wirklich, also er hat die Königsgarde und seinen Bruder verlassen, weil er sich für eine Seite entschieden hat. Ähm, aber ja, da ist natürlich, ja gut, es ist halt auch sein Bruder, ne, wobei es schon in der ersten Staffel sehr auffällig war, als da eben, also als die da den, den Prinzen, äh, also als sie da Aegon gefunden haben, ähm, und das dann ja zur Auseinandersetzung mit Kristen Cole kommt, der ihn ja auch, äh, haben will und zu Alicent bringen soll, dass der eine Bruder dem anderen nicht zur Hilfe kommt, also nicht nur, dass der einfach nur da rumsteht, der geht dann auch später einfach weg und lässt seinen Bruder im Stich. Also da merkst du schon, dass da, ja, irgendwie redet er sich das auch ein bisschen schöner an der Stelle vielleicht, da hast du, da hast du schon nicht Unrecht, aber auf jeden Fall weiß er, dass die an der Stelle die Wahrheit gesagt hat und, äh, bevor Damon dann da aber irgendwas noch zu sagen kann, hört man einen Drachen und wer kehrt heim die Königin immer noch stumm, äh, obwohl, äh, während sie da langschreitet, immer noch ihre ganze Titelliternei runtergebetet wird und, da ist dann auch ein bisschen neu, dass da plötzlich dann von Lady of the Realm die Rede ist, ne, das ist ein bisschen ungewohnt, weil das kennt man ja wirklich noch gar nicht. Sie geht dann direkt auf Damon zu und der fragt sie dann eigentlich nur so relativ direkt, ja, bist du fündig geworden und sie sagt aber gar nichts, äh, das scheint aber irgendwie Leute nicht zu interessieren, dass sie irgendwie völlig neben sich ist, sondern da steht der ganze Ratstisch drumherum und kaum, dass sie mal irgendwie da an die Spitze tritt, fangen die direkt an, die alle zuzutexten mit dem, mit dem ganzen, äh, Status Quo, ne, also, und da sagt dann ja auch Damon, äh, äh, von wegen, er will hier nach Harrenhall und in die Fluss lande, was dann ja eine direkte Spiegelung zu ähmend ist. Ja, als hätten sie alle drauf gewartet, sie waren schon alle sehr vorbereitet, wann sie dann zurückkommt auf einmal, ne, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, erst mal so, ja, sie ist tagelang weg und trauert und keine Ahnung und dann ist sie wieder da und alle, alle drauf. Ja, ich denke mal, dass die, äh, der, der, der Drachenschrei, der hat sie ja auch angekündigt, ne, vielleicht so ein bisschen, fast wie so eine Türklingel. Ja, ich meine, das ist auch völlig okay. Ja, ich glaube, Damon wollte einfach vorbereitet sein, weil der konnte ja, konnte ja nicht abwarten, der ist ja so ungeduldig, hat bestimmt schon alles geplant und hat einfach nur gesehen, okay, die hören nicht auf mich, die wollen das Go der Königin haben, ja gut, aber ich bereite schon mal das vor, ich schlage das vor, die wird schon auf mich hören und dann gibt die nur noch ihr Go und dann ist schon alles fertig. Dann kann es endlich losgehen und wir müssen nicht nochmal tagelang, äh, beraten und planen und ne, das hab ich dann schon gemacht als guter Ehemann. Er war ja auch schon am Ende der ersten Staffel, war ja auch schon so in dem Modus, ne, also da lag sie ja irgendwie in den Wehen, während er da irgendwie schon Kriegsrat gehalten hat. Und, äh, was mich ein bisschen gewundert hat, dass Rhaenys, dass die, also erst fängt Daemon an mit seinem Plan und dann Rhaenys, ja, hier, äh, euer Hoheit, die, die Flotte der Velaryons hat die Gurgel abgeriegelt und King's Landing kriegt bald nichts mehr zu fressen. Ähm, das fand ich, also, da fand ich Rhaenys echt so ein bisschen unsensibel. Ich meine, ihr müsst doch gemerkt haben, dass Rhaenyra nahezu katatonisch ist an der Stelle. Ja, und sie war ja auch die, die Daemon drauf hingewiesen hat, sodass sie, oder, dass sie jemanden oder etwas braucht, um ihre Trauer überhaupt abschließen zu können oder wenn man dafür überhaupt reden kann, ne, und, ja, war dann so ein bisschen gegensätzlich. Ne, aber, ne, aber so hatte ich das verstanden, dass das, was sie ihr gerade sagt, der Rhaenyra, dass das das ist, was sie ihr hinschmeißen will, damit sie etwas hat, worauf sie sich anders konzentrieren kann, als sie sagt, hier, pass up, äh, denen geht's schon schlecht und so. So, um sie vielleicht auch ein bisschen zu zügeln, weil sie vielleicht geahnt hat, da kann jetzt eine Atombombe münden, äh, wir müssen dir irgendwie, ich muss dir irgendwie zeigen, wir haben schon Dinge in die Wege geleitet, äh, das muss nicht jetzt komplett eskalieren, äh, wir machen das schön langsam, bedacht und mit einem Plan. So hatte ich das verstanden quasi, warum sie direkt vorprescht, um ihr was vorzuschlagen, um ihr zuvor zu kommen, bevor Rhaenyra vielleicht aus einer Emotion heraus etwas entscheidet, was die lieber nicht entscheiden sollte. Das kann man, kann man sicherlich so sehen. Ja, und vielleicht schon so ein bisschen was, ja, was an, äh, Überlegungen einfach schon auch erledigt im Grunde, ne, vielleicht, was sie dann vielleicht gar nicht mehr anstellen muss, sondern nur noch, ja, ist okay sagen muss oder was auch immer. Ja, ja, Rhaenyra äußert dann ja, äh, was relativ, äh, Impulsives, sie sagt dann, also das ist der einzige Satz, den sie sagt, ich will aemen Targaryen, ja. Mehr sagt sie eigentlich nicht, dabei sieht sie dämen direkt an und geht dann einfach wortlos weg. Ja, man merkt, die ist, die ist halt echt noch fertig, ne, also, ich finde das eine grandiose Entscheidung, die so wenig sprechen zu lassen und auch generell so wenig zu zeigen, weil dadurch wirkt die wirklich schon isoliert, äh, auch wenn sie jetzt hier wieder, äh, zumindest, äh, in heimischen Gefilden unterwegs ist, äh, aber Damon, ja, sieht das als, fast schon als direkten Befehl, jedenfalls, äh, geht er zu Mysaria ins Verlies, setzt sich zu ihr und sagt, hör mal, du hattest doch bestimmt Spione im Roten Bergfried, von wegen, hier, du hast ja nicht nur Klatsch und Tratsch gehandhabt, sondern du wirst ja wohl auch deine Quellen gehabt haben und sie meint dann aber auch, ja, ich will eigentlich nichts mehr wissen von dir, äh, du bist Vergangenheit und, äh, ich, ich, ich hab auch kein Wissen und dann meint er so, ja, aber hier, Wissen im Austausch für Freiheit, ne, und das zieht dann anscheinend und dann haben wir eigentlich eine relativ kurze Szene, die auch nahezu ohne Worte ist, äh, äh, wo Rhaenyra vor dem Kamin sitzt, äh, bis dann Bela und Jace, äh, reinkommen, sich vor ihr verneigen, Jace sagt ihr dann noch so relativ geschäftsmäßig, dass er, äh, verkünden kann, dass Lady Jane Ahren von Hohenair, äh, ihre Unterstützung zugesichert hat und, äh, ja, Rhaenyra steht dann glaube ich auf, seine Stimme bricht ab und schließt ihn dann einfach nur noch in die Arme an der Stelle, fand ich auch eine sehr schöne Szene, eine sehr kurze Szene, aber ich fand, die drückte sehr viel aus, ja, zwischen den Figuren. Ich hab mir da aufgeschrieben, dass mir diese emotionalen Szenen in dieser Familie nicht so viel geben oder weil, da fühl ich mich immer so unsicher, weil man generell ja, auch in der ersten Staffel, es sind so viele Kinder, die werden ganz schnell groß, man hat aber wenig Familienzeit gesehen. Ja, 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 das stimmt. Ich weiß immer nicht, wie eng sind die sind wirklich, also wie, äh, ne, man sieht das ja auch an, das sind ja eigentlich auch nur die Stiefkinder von Dämon, man weiß immer irgendwie nicht, wie harmonisch sind die aufgewachsen, es gab ja eine Zeit des Friedens und man hat ja diesen 10-Jahres-Zeitsprung in, äh, in Staffel 1 und das wirkt ja schon so ein bisschen, okay, vielleicht hat sie ja, hat sie ja tatsächlich irgendwie Elternzeit gehabt und dadurch, dass sie ja wirklich jetzt voller Trauer und Wut da losgezogen ist, zumindest den Toten so noch zu finden, gibt ja schon einem so ein bisschen so, okay, da scheint eine Bindung da zu sein, aber man hat das halt nie so richtig gesehen und deswegen fand ich das immer so schwierig, da jetzt den einen da heulen zu sehen fast und, äh, weil erst kommt der ja sehr förmlich an und, äh, ein bisschen distanzierter, aber dann werden sie sich doch eng und umarmen sich, dann dachte ich, hm, und vor allem denke ich mir immer, in dieser Serie sterben sowieso immer alle ganz schnell, ja, da, was soll ich mich da lange an die binden und das ernst nehmen, wie emotional die jetzt da miteinander verboben sind. Ja. Es war auch so ein bisschen für mich die Frage, wer tröstet wen, ne, also, ich glaube, sich gegenseitig. Genau, am Ende dann halt sich gegenseitig und das ist, fand, also fand ich schon auch eine starke Bindung, die man dann dadurch halt zumindest rübergebracht bekommen hat. Vorher hat man es natürlich jetzt nicht so, äh, wie du schon sagst, auch durch den Zeitsprung einfach nicht miterlebt, aber dadurch konnte man es dann, finde ich, schon nachfühlen. Ja, wobei du, äh, in Staffel 1 am Ende, äh, also kurz bevor sie die, äh, beiden Brüder in die entgegengesetzten Richtungen schickt, mit ihren Drachen, da wird's auch schon relativ emotional, man muss natürlich bedenken, das ist auch sein Zwillingsbruder gewesen, ne. Da ist, da ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Bindung, also, ich kann, ich kann schon die Kritik nachvollziehen, auch weil das jetzt hier so ein bisschen, äh, das andere ist jetzt halt auch schon gefühlt zwei Jahre her, ne. Also, auch wenn hier nur mehrere Tage oder ein paar Tage zwischenliegen für uns, ist es halt zwei Jahre her. Das ist, glaube ich, so das Ding. Wir haben danach noch eine Montage, die ich ziemlich toll fand, äh, die eigentlich relativ unscheinbar anfängt, nämlich Alicent, die ja bekanntlich sehr, sehr fromm ist, äh, geht in die Septe und zündet Kerzen an, nacheinander. Zuerst, ja, unter anderem, ich glaube sogar für Viserys, und parallel geschnitten bekommen wir das mit Rhaenyra, die, äh, ja, eine Feuerbestattung für ihren Sohn abhält, ne. Ja, das hat mir auch tatsächlich super gefallen, ja, da hab ich am Anfang gar nicht, ja, man versteht ja erstmal nicht, dass es so eine Gegenblende ist, weil man erst halt Alicent sieht und okay, dann wird einmal im Gegenzug im Grunde auf die Bestattung dann, äh, Verbrennung, Bestattung, ähm, geschnitten und, ja, dann aber wieder zurück und nochmal hin und es war dann, ich hab mir aufgeschrieben, super stimmungsvolle, melancholische Musik in der Luft, die das Ganze halt gleichzeitig passend untermalt hat und beides halt auch das Feuerelement, ne, dabei, die eine zündet Kerze an, die andere verbrennt halt zumindest das, was sie an Überresten oder Andenken irgendwie an ihren Sohn hat und, äh, fand ich, äh, eine super starke Szene, ja. Also ich, ich, ich fand das eine gute Szene, um nochmal, äh, zu veranschaulichen, dass die noch irgendwo auch für die Gegenseite irgendwo ein Mitgefühl hat, ne, also auch, die zündet dann ja sogar eine Kerze noch für Lucerys an und ich glaub für Rhaenyra sogar auch noch, auf jeden Fall, Rhaenyra verbrennt ja, die, die verbrennen ja alle Sachen, ne, irgendwie, also selbst der, selbst der, ähm, äh, kleine Gottfried sitzt bei Jace irgendwie auf dem, auf dem, äh, Arm oder was und verbrennt auch was, äh, fand ich eine wirklich, äh, tolle Szene auch, ja, wo auch gar nicht viel gesprochen werden muss, sowas mag ich immer sehr gerne. Ich weiß nicht, haben wir, haben wir Elden Ring-Spieler unter uns? Äh, wahrscheinlich nicht. Potenzielle, potenzielle. Ich, ich, ich fand auf jeden Fall, ich hab die Szene gesehen, äh, und, ähm, zumindest wo Alison die Kerzen anzündet und es sah irgendwie eins zu eins fast aus wie, äh, ein, äh, der Roundtable holt im, in Elden Ring und dachte mir so, oh, das, das, äh, okay, ganz interessant. Ist nicht ganz richtig, aber ich hatte zumindest so eine, äh, Erinnerung daran, dass es irgendwie sehr ähnlich gerade aussieht mit so viel Licht in der Mitte vom Tisch und ein, ja, vielleicht fällt es ja noch jemandem auf, und ich bin nicht alleine. Ja, äh, gerne in die Kommentare schreiben. Mir waren die Szene ein bisschen zu lang, aber ich fand's toll gespielt, wie man merkt, wie sie innerlich hadert, zünde ich jetzt noch eine Kerze an, auch für, äh, Luceris, oder zünde ich keine Kerze für ihn an? Weil einerseits man ja auch sieht, okay, es kriegt ja keiner mit, ob sie es macht oder, äh, oder nicht. Und dass es wirklich so ein innerer Kampf in ihr ist, ob sie das für ihr Gewissen jetzt noch macht oder nicht, fand ich toll. Mich hätte es auch nicht überrascht, wenn sie dann demonstrativ, weiß nicht, hat er irgendwie mit gerechnet, dass sie es vielleicht fast macht oder doch nicht macht, um dann nochmal so eine Wendung zu symbolisieren, so jetzt, okay, vielleicht das Gespräch mit ihrem Vater hat dann nochmal irgendwie einen Ausschlag gegeben, um zu sagen, okay, ich muss jetzt die Harte sein, es geht nicht mehr anders, wir kommen nicht mehr drumherum. Aber fand's dann auch wiederum toll, dass sie ganz naiv trotzdem eine Kerze angezündet hat, vielleicht um zu zeigen, dass sie noch nicht ganz innerlich tot ist. Das passt auch irgendwie zu ihrem Charakter, ne, so nach wie vor. Ja, ja, und auch zu dem, zu dem Verhalten, was sie bisher auch so im kleinen Rat hat durchblicken lassen. Ja, aber sie ist natürlich, sie hat auch sehr viel von ihrem Vater. Jetzt war ja wieder komplett das Gegenteil jetzt dann doch von Ranyra, ja, die ja, die einzigen Worte, die sie gesagt hat, die ja, ich will, ich will Elmant haben, ich will den unbedingt haben, die jetzt ja eigentlich schon aufgegeben hat, das irgendwie zu deichseln oder noch friedlich zu Ende zu bringen, sodass das mit wenig Blut vergießen. Und sie aber, die sich nochmal den Ruck gibt, in diesem Moment zu sagen, okay, vielleicht ist da noch eine Chance und man aber schon weiß, nee, sorry, armes Kind, gibt's nicht mehr. Das fand ich eigentlich diesen Gegenpol ganz gut. Aber auch nach wie vor, wie du, wie du sagtest, naiv, finde ich, passt halt ganz gut. Und ich finde es auch doch immer noch relativ, es ist schon so ein bisschen selbstsüchtig, diese, ne, sie würde gerne für sich diesen Abschluss haben oder dass alles wieder gut wird in einer heilen Welt leben, aber ignoriert halt schon alles andere drumherum und auch einfach ihre damalige Freundin Rhaenyra ist so, dass sie da sich zwar Wünsche hat, aber dass man halt, was ich vorhin sagte, auch was anbieten muss oder vielleicht auch real der Realität ins Auge sehen muss, dass da, dass das durch ist, da ist sie schon so ein bisschen eigennützig, glaube ich, dass sie das für sich gerne hätte. Ja, so ein bisschen, ich wasche meine Hände in Unschuld, ne? Ja, ja, ja. Mir kann ja keiner was, ne? Ich hab's ja probiert. Nur ich hab hier eine Kerze angezündet und willst du von mir. Das reicht doch. Ja, die, äh, wenn, 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 wenn ein King's Landing zerstört wird, dann zeigt sie so auf diese Kerze, ja, hier, hier, ich hab für euch immer ein Licht angemacht. Genau, hier ist sie doch. Hier ist immer noch an. Aber die, äh, brennt noch. Äh, nee, also das, das passt sehr, sehr, also ich, ich find es sehr gut, dass man, dass man gerade dieses Bild des Glaubens genutzt hat, um ihren Konflikt zu veranschaulichen, weil, äh, die ist nun mal auch eine kleine Pharisäerin, ne? Bei Rhaenyra, äh, kann ich auch wieder sagen, da seh ich wieder die Phasen der Trauer. Da hast du am Anfang die, die, äh, die Leugnung von wegen, das ist nicht passiert und als nächstes dann, äh, ich lasse meine Wut und Frustration darüber an denjenigen aus, denen ich die Schuld dafür gebe, ne? Mhm. Das ist ganz typisch Phase der Trauer. Aber kommen wir, kommen wir zu Damon, der, äh, mit einem, äh, Boot nachts nach King's Landing übersetzt, auch mal wieder mit Kapuze, wie man das ja von ihm aus der ersten, äh, Staffel kennt und, äh, der hat jetzt einen Plan von Mysaria, also er hat ja irgendwie Informationen von ihr eingeholt und pfeift sich jetzt am Tor eine Wache heran, die er dann auch relativ schnell besticht und, äh, sagt dann zudem, ja, es heißt, du hast du nicht mehr, du hast einen Groll gegen die Hightowers und ich find das dann so geil, wie dieser, wie, wie, wie dieser Wachmann dann irgendwie sagt, fuck the Hightowers. Das, das war super. Also der hatte auch, das hat man schon gesehen, der hatte auch keine, äh, grüne, ähm, Rüstung oder so an, ne? Also das ist wirklich noch einer so vom alten Schlag, ähm, und dann gibt's, glaub ich, einen kurzen Umschnitt und, äh, es ist dann, glaub ich, so, also das hab ich auch erst beim zweiten Mal verstanden, dass er Damon da irgendwie durch die Gassen führt und es so aussehen lässt, als wäre der ein Gefangener. Genau, ja. Ja? Ja. Das, das hab ich beim ersten Mal gar nicht erst so, so verstanden. Das hab ja sogar ich. Das hab ich bei nur einmal gucken verstanden. Der schubst ihn ja auch noch so ein bisschen. Aber, aber es ist okay dafür, dass wir uns hier alles gut erklären lassen. Einmal kurz nicht aufpassen. Ja, ich mach hier echt den, den, äh, ja, weiß ich auch nicht, den, den Chronisten hier förmlich. Also der führt Damon, glaub ich, zu Aegons Rattenfänger, ne? Also den hat man ja schon mal, äh, in der Feste gesehen. Die laufen da rum und, äh, verteilen diese Rattenfallen. Der ist dann auch erst so, also als er halt von, äh, Mysaria hört, äh, denkt er eigentlich, die ist tot, also von wegen, es geht rum, der weiße Wurm ist tot. Und, äh, Mysaria weiß aber eine ganze Menge über diesen Rattenfänger, nämlich, der steht auf Arena-Kämpfe und Wetten, sprich, der ist ein Spieler, also hat er wahrscheinlich Spielschulden. Mhm. Und die will Damon jetzt tilgen, indem er zu ihm sagt, Mensch, du kennst dich doch im Roten Bergfried aus. Und, äh, der antwortet dann, wie, wie war das nochmal? Er sagt irgendwie, ich, ich, ich kenne den Roten Bergfried besser als die Form meines Pimmels oder so ähnlich, ne? Das ist auch wieder so richtig schön Game of Thrones. Schon wieder vergessen gehabt, ja. Ach, manchmal, ja gut, ich meine, was ist das halt für eine Gesellschaft, ne? Aber er kennt sich ja dann doch auch nur im unteren Bereich aus, wie wir dann später rausfinden. Das passt ja dann auch zum Pimmel. Ja. Sehr gut, ja. Ja, er, er meint ja irgendwie von wegen die Tunnel und, und die Kanalisation, das ist für mich ein Rattennest, ne? Ja, sagt er ja auch. Ja, das ist ja wahrscheinlich seine Hauptarbeitsstätte, ne? Wahrscheinlich, ja. Sehr, sehr wahrscheinlich. Aber also, der... Bzw. Da sagt er ja auch später, oben sind andere. Genau, genau. Genau. Da kennt er sich dann auch nicht so aus. Jedenfalls stellt Damon ihm, äh, diese Wache vor. Und, äh, also von wegen, das ist mein Freund und er wird auch heute Nacht dein Freund sein und sie kriegen eine Mission. Sie sollen ganz simpel Aemond finden und töten und werden dann aber vorgewarnt, er ist ein guter Kämpfer und um sie dann noch ein bisschen mehr zu motivieren, kriegen sie nur die Hälfte des Geldes und danach die andere. Und dann gibt's einen interessanten Moment, weil dann fragt er nämlich, ja, was ist denn, wenn wir ihn nicht finden? Und dann gibt's eine Einstellung von Damon und dann einen Schnitt, äh, sprich, wir hören nicht, was er da zu ihnen gesagt hat. Wir erfahren's dann zwar später schon irgendwo auf Umwegen, ähm, und auch in der zweiten Folge spielt das nochmal eine Rolle, aber da ist dann halt die Frage, was er ihnen genau aufgetragen hat, beziehungsweise, äh, was er gesagt hat, ja, was sie machen sollen und auch, was sie, was sie mitbringen sollen als Beweis, äh, damit sie ihre zweite, äh, äh, Geldration einstreichen können, ne? Ah. Das hatte ich da nicht so verstanden, tatsächlich, dass die nochmal fragen, was passiert, wenn wir ihn nicht finden, ähm, ähm, und was sie machen sollen, das hab ich tatsächlich dann irgendwie nicht mitgekriegt. Ich hatte das dann eher so verstanden, dass, äh, dass das ja nicht erst passieren darf, dass sie den nicht finden. Ja. Äh, so hatte ich das, äh, interpretiert, äh, dass das nicht, äh, kein, kein guter Ausgang ist, wenn sie ihn nicht finden. Ähm, äh, für mich waren immer diese vorherigen Anweisungen, Achtung, das ist ein guter Kämpfer, der hat nur ein Auge, das ist ein Groß, den, äh, das wäre ja gut, den kann man ja nicht übersehen, also kann man den denn nicht finden, ne? Äh, es werden ja nicht so viele rumlaufen und deswegen war ich so überrascht, wie das dann später geändert ist. Ja, es hat auch gar keinen Sinn ergeben in dem Moment, muss ich sagen, ja, kommen wir da gleich zu. Aber ich hatte, das hatte ich jetzt auch nicht so verstanden, dass er da nochmal dann irgendwie weitere Angaben gibt, aber okay, ich bin gespannt, ja. Ja, nee, das hab ich auch nicht so verstanden. Ja, jetzt, also ich, ich fand halt diesen, diesen Schnitt interessant, dass man dann nur diese, äh, Aufnahme von Damon sieht und dann, äh, es wird abgebrochen, ne? Also, dass wir, wird dieser Schnitt denn aufgelöst in, in der zweiten Folge, oder? Ähm, ja, schon, aber, also hier, hier kommt's ja da auch nochmal, was sie halt mitbringen sollen, ne, als, als Beleg dafür. Okay, aber das wird klar, also das wird noch klar, dass er ihnen tatsächlich Anweisungen gegeben hat, wenn sie ihn nicht finden, dass es einen Alternativplan dann gab, oder? Er hat ihnen wohl nicht die Anweisung direkt gegeben, jedenfalls, äh, also die haben schon wohl auch auf eigene Faust gehandelt, aber das kommt in der zweiten Folge, da sind wir noch nicht, äh, wir kommen dann zum, äh, ja, zur Person of Interest, könnte man sagen, nämlich Aemond, der, äh, 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 dort irgendwie, glaube ich, über einem Buch sitzt im Turm der Hand und der dann mit Kristen Cole spricht und man merkt, der will so langsam auch eigentlich nur noch Blut sehen, also, äh, äh, keine Ahnung hier, ich hab Varga, ihr seid ein toller Kämpfer, lasst uns doch die Vorhut bilden, quer durch die Flusslande ziehen oder, oder quer durch die, durch die, durch die Lande ziehen und keiner wagt es mehr, irgendwie einen Targaryen-Banner zu hissen oder jedenfalls nicht Rhaenyras. Äh, Kristen meint dann auch, ja, äh, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir den König im Vertrauen darum bitten, uns, uns zu entsenden, aber sie schmieden auch gemeinsam, ja, Schlachtpläne, dann noch konkretere Versuchen dann, also, äh, sie erwähnen dann die Häuser Roseby und Shurwert, die, äh, relativ nah bei King's Landing sind und wo es dann heißt, ja, die wollen uns auf jeden Fall als Freunde und wenn wir uns deren Truppen aneignen können, dann kann unser, äh, eigenes Heer immer weiter anschwillen, während wir damit vorrücken und Aemon meint dann auch, ja, also, eigentlich müssten wir leichtes Spiel haben, weil Aegon ist ja sowohl der Hand als auch meiner Mutter hörig, ne, und Krieg ist eigentlich auch unvermeidbar. Äh, ja, bestätigt im Prinzip nochmal das, was wir eigentlich in der, äh, kleinen Ratszene gesehen haben, ne, also, dass Aemon auch meint, dass er seinen Bruder eigentlich, äh, dass er sich demgegenüber zum einen viel herausnehmen kann und dass er auch unter dessen Schutz steht, ne? Ja, und er ihm vielleicht auch so zuhört, ne, wenn, wenn er jetzt vielleicht, ja, mit einer, mit einem Plan kommt oder so. Genau, richtig, also, dass sie keine, äh, Schwierigkeiten hätten, dem das schmackhaft zu machen, äh, nur der Hand eher weniger. Äh, Aemon hat aber auch, äh, das kommt dann auch durch, er hat zu seiner, seiner Mutter inzwischen auch ein gestörtes Verhältnis, weil die hält ihn halt für einen Kriegstreiber beziehungsweise gibt ihm die Schuld, dass er den Krieg begonnen hat und, äh, wirft ihr dann aber, also, er meint dann zu, zu Kristen, dass sie eigentlich ziemlich so Doppelmoral betreibt, weil, ja, er hätte den Krieg begonnen, während sie gegen den Thron usurpiert hat, ne? Also, die hat ja schon eine entscheidende Rolle dabei gespielt, das, das, da merkt man auch wieder, Alicent will sich das irgendwie auch so ein bisschen schön reden, wahrscheinlich, ne? Ja, Schuld sein will sie auf keinen Fall. Und, äh, Kristen Cole, der ist nur noch voller Hass eigentlich gegen Rhaenyra, ne? Also, äh, der, also der, der ist ja neulichs Alicents Liebhaber und nimmt sie dann ja in Schutz, ja, die hat ja ein gutes Herz, bla 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 und, äh, Rhaenyra ist ja hier eigentlich die giftige Spinne, die sie, die sie vergiftet hat und deine Mutter trifft ja keine Schuld und Aemond ist davon aber überhaupt nicht überzeugt und hält sie für eine Nerren, weil sie halt irgendwie dem Feind noch gegenüber Empathie entgegenbringt. Äh, bevor sie das aber noch weiter irgendwie sich vertiefen kann, kommt dann Otto hinzu und fordert dann Kristen Cole auf, äh, zu gehen. Kristen Cole ist ja der Lord Commander der Königsgarde inzwischen. Königswache, ja. Genau. Ja, aber man muss, man muss immer echt aufpassen mit Stadtwache und Königsgarde. Jedenfalls will der eine Unterredung, also Otto will eine Unterredung mit Aemond alleine. Er ahnt dann auch schon, dass beide da hinter seinem Rücken und dem des Königs Pläne schmieden und sagt dann Aemond, ja, du und dein Drache, ihr seid ja eigentlich somit die kräftigste oder größte Macht im Reich und im Gegensatz zu deinem Bruder kannst du dich beherrschen. Also versuch dein komisches Ungeheuer in den Griff zu kriegen. Ich hätte gerne noch mehr davon gesehen. Ich weiß gar nicht, äh, meine, man hätte noch nie eine Szene zwischen der Hand und, also, äh, Otto und Aemond gesehen und Aemond, muss ich sagen, finde ich eine der spannendsten Figuren der Serie. Ja, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch aussieht. Für mich war das eher so Füller-Szenen irgendwie. Ich hätte das nicht gebraucht, weil das war, weil das ging ja dann endlich los mit diesem Komplott und dann war mir das, das hat dann wieder so ein bisschen den Drive rausgenommen und fand das nicht so, das hätte ich dann lieber gehabt, weiß nicht, nach dem Rat oder sowas. Ja, gut, äh, es sollte natürlich auch verorten, wo Aemond jetzt ist und dass die dann da wenig später hinkommen. Wo er gerade ist, ja, ja. Aber dann kommen wir jetzt mal zum Käsefilet dieser Folge, denn es ist endlich, ich weiß gar nicht, wie oft habe ich es angeteasert, Manuel, auch in dem Staffel-Recap auf jeden Fall, ne? Was denn? Ähm, denn es ist endlich Zeit für Blut und Käse, äh, wie diese beiden Typen eigentlich nur genannt werden, also deren Namen sind nicht bekannt, äh, also Blut ist halt dieser, dieser, äh, diese Stadtwache, diese ehemalige und, äh, Käse ist der Rattenfänger. Die begeben sich jetzt zusammen mit einem Hund und einer Fackel, äh, in die Kanalisation unter dem Roten Bergfried, lassen sich auch größtenteils von dem Hund führen, gelangen dann relativ schnell nicht nur in den Bergfried, sondern auch in den Thronsaal. Ja. Und, äh, das muss ich sagen, fand ich ein bisschen seltsam. Das fand ich auch sehr seltsam. Also, zum einen sind sie dann superschnell da, okay. Ja. Man will jetzt nicht irgendwie zeigen, dass sie da zehn Minuten rumirren. Sie sind ja hochgeklettert, ne? Aber dass sie da einfach so unbefangen überall rumlaufen können. Ich meine, okay, er ist jetzt vielleicht dann der Rattenfänger, den dann vielleicht sie auch kennen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele die da so anstellen, aber er läuft dann mit seiner Rattenbox da ja auch, Rattenfalle und so durch die Gegend und, okay. Das ist die Tarnung. Ja, das ist die Tarnung, ja. Maske weg und zack. Äh, ich dachte so, okay, das ist schon sehr auffällig irgendwie und keiner sagt da irgendwie was. Gut, Aegon und seine, seine Kumpels sind dann, glaube ich, da auch am Trinken und kriegen das alles nicht so richtig mit, ne? Ja. So wie ich das jetzt verstanden hab oder aufgefasst hab. und dann, ja, vielleicht gucken die da nicht so genau hin und, okay, wer auch immer da gerade langläuft, wir wissen ja, wir haben hier Ratten. Aber das fand ich auch schon ein bisschen merkwürdig, ja. Ja, also ich meine, man kann es natürlich noch damit entschuldigen, dass da irgendwie Geheimgänge sind oder was? Die sind ja auch angelegt worden. Also, äh, den Roten Bergfried hat Maegor, der Grausame, äh, also der zweite Targaryen-König errichten lassen. Ähm, also der, der hat etliche Geheimgänge, äh, da anlegen lassen und natürlich kennt sich Käse dann irgendwo aus, aber dass die dann so schnell in den Thronsaal kommen, fand ich schon ein bisschen seltsam. Ähm, andererseits fand ich es sehr amüsant, äh, wie Aegon da wirklich gelangweilt auf dem Thron rumlungert. Mhm. Vor, vor dem Thron sitzen seine Saufkumpanen und eigentlich, äh, eine direkt alberne Szene ist das nicht, weil die führt ja auch wieder vor Augen, dass Aegon irgendwie so unschlüssig ist, was er jetzt für ein Herrscher sein soll, ne? Und die schlagen dann alle möglichen bescheuerten Titel für ihn vor, unter anderem Aegon der Drachenpimmel. Ja, äh, aber die schleichen da schon ein bisschen sehr, äh, leichtfüßig vorbei irgendwo, ne? Stimmt schon. Ob man das noch Schleichen nennen kann, ja. Ja. Ja, ich meine, während sie geschlichen, wären, glaube ich, was auffälliger gewesen. Ja, stimmt, während sie schleichen, wären sie auffälliger gewesen, ja. Ich dachte mir, die machen das eigentlich geschickt und ich dachte mir, okay, vielleicht ist das da in der Nacht, dass da die Rattenfänger einfach langlaufen und dann ist das, ist das normal. Und, äh, dann hatte ich denen das auch abgenommen, aber dass sie zu schnell in den Thronsaal drin waren, da dachte ich auch so, also, was muss man sich denn da auskennen, wenn man da innerhalb von fünf Minuten da drin ist? Das klang dann, also, wie verzweigt kann das denn sein, wenn man da so schnell dann doch oben ist? Wie geheim kann dieser Gang sein, wenn man direkt am Thronsaal rauskommt? Und es war doch auch wahrscheinlich schon nach der Szene, wo er sagte, dass er sich eigentlich gar nicht so gut auskennt da oben, oder? Nee, das kommt noch. Kommt noch? Okay. Ja, das kommt jetzt. Das kommt jetzt. Okay. Das kommt jetzt. Aber ich habe auch damit gerechnet, ich weiß jetzt nicht, wie das von der Zeit ist, Zeitverordnung ist, gibt es da dieses Drachenskelett schon zu dieser Zeit? Äh, ja, klar. Aber ich hatte gedacht, dass wir einmal durch diesen Raum kommen, wo nochmal dieser große Drache gezeigt wird. Da hatte ich eigentlich fest mit gerechnet, dass man da nochmal durchläuft. Ja, das, äh, nee, nee, das ist schon da. Das hat man ja in der ersten Staffel schon gesehen. Also, das ist ja der Schädel von Balerion, dem schwarzen Schrecken. Ich hatte gedacht, dass man den nochmal sieht. Da war ich enttäuscht. Der ist tiefer. Der ist wirklich im Gewölbe unten. Noch tiefer, okay. Aber Blut und Käse gehen dann weiter, halten dann aber trotzdem so die Blicke gesenkt. Also, so viel anmerken lassen wollen sie sich dann auch nicht. Und wir sehen wirklich immer wieder in dieser Folge, also, während sie da lang gehen, sehen wir immer wieder Ratten, ne? Also, die sind hier wirklich schon ein Vorbote und auch irgendwie so ein bisschen, ähm, wurden ja auch gerne mal der Schwarze Tod genannt, glaube ich, ne, in der Pestzeit. Ähm, aber so langsam ist Käse dann hier auch mit seinem Latein am Ende, weil, äh, sie überlegen jetzt, wie sie da hochkommen, wo die Königsfamilie ist. Und dann kommt es relativ zur Uneinigkeit zwischen beiden. Also, Käse redet sich dann raus von wegen, ja, ich hab dich ja nur hier geführt mit meinem Hund und, äh, der Rest ist jetzt sein Problem. Und der andere versteht aber nicht wirklich Spaß und, äh, droht ihm, ihn aus dem Weg zu räumen, um dann die gesamte Belohnung zu kassieren. Und schüchtert Käse dann relativ schnell ein, äh, der lässt dann mehr oder weniger eigentlich seinen Frust sogar an dem Hund aus, der dann auch Reis ausnimmt, ne? Ich glaube, das wird eine Szene sein, die für Gesprächsstoff führt, wenn er den Hund tritt. Ja. Dass the dog died. Gewalt gegen Kinder ist, ist völlig okay, aber dass er den Hund tritt, ja, das. Das sieht man ja. Ja, das, das ist auch nicht schön an der Stelle. Vor allem, es wird auch, soweit ich weiß, in der Vorlage wird nicht erwähnt, dass die irgendwie, ja gut, da unten hat die ja keiner gesehen, ne? Und der Hund war dann ja schon, schon vorher weg. Ähm, auf jeden Fall, äh, gehen die dann, glaube ich, ja, doch irgendwie, auf jeden Fall so eine Wendeltreppe, glaube ich, hoch. Auch, da sind auch wieder Ratten, also sie, sie gehen jetzt wirklich in den Turm der Hand, ne? Weil sie ja nicht da hochkommen. Und da ist dann, also Käse öffnet dann, glaube ich, so ein Tor mit so einem Gewicht oder sowas. Und dahinter ist dann der Raum, also da sehen wir dann halt dieses Buch liegen, von, vor dem Eamon noch vorher gesessen hat, ne? Also das ist wahrscheinlich noch gar nicht lange her. Es ist aber trotzdem anscheinend niemand da. Blut weist dann aber darauf hin, dass, äh, naja, äh, ohne Kopf gibt es kein Geld. Und da hören wir dann zumindest einen Teil dessen, also mutmaßlich einen Teil dessen, was, äh, Damon zu ihnen gesagt hat, von wegen, sie sollen den Kopf als, als, äh, Beweis mitbringen, ne? Ja, das hatte ich auch noch mitgekriegt, als sie gesagt hat, aber ich bin immer davon ausgegangen, es muss dann auch Eamons Kopf sein. Ja, soll es ja wahrscheinlich auch sein, ja. Ja, die, die haben auf, äh, die wollten, die wollten nicht mehr Lea in Händen kommen. Das, das ist es, glaube ich. Äh, außerdem hat er ihnen ja auch eingeschafft, einen Sohn für einen Sohn, ne? Also es muss auf jeden Fall ein Junge sein. Äh, was dann auch noch ein ganz nettes Detail ist, was dann auch in der zweiten Folge nochmal zum Tragen kommt. Die hatten ja auf diese Karte, äh, so Münzen gelegt, also Eamon und, äh, Christon. Und, äh, Blut sammelt die direkt ein. Also wischt die so direkt natürlich in seine Hand, Goldmünzen, klar, nimmt der sofort, so ein Penner, alles mitnehmen, alles raffen und, äh, eine lässt er aber fallen. Und das wird noch, äh, äh, das ist noch wichtig für die zweite Folge. Und, äh, Blut, äh, der ist auch, der ist deutlich aggressiver als der andere, ne? Hat man ja schon gesehen und der weist dann Käse an, irgendwie Rattenfallen aufzustellen, also von wegen auch wieder als Tarnung. Und während Blut dann irgendwie die Gemächer nebenan durchsucht, es ist dann auch wirklich, es ist wirklich in der Nacht, es regnet, es blitzt. Und Blut läuft dann relativ so einer Zofe in die Arme, die da, glaube ich, steht und irgendwie auf was wartet. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht sogar Schmiere steht für Alicent oder sowas. Ja, aber der lässt sich da nichts anmerken und sagt dann nur, also schleppt dann halt diese, diese Ratten, äh, Käfige durch die Gegend oder Fallen und sagt, ja, ist halt für die Ratten, aber so richtig kauft ihm diese Tofe das nicht ab. Und während er die Fallen dann da auslegt, äh, haut die ab. Ja, weil man es auch schon sieht, weil er sich dumm anstellt, als er die Falle aufstellt. Also er weiß gar nicht, wie sie zu bedienen sind. So hat ich das interpretiert und dadurch checkt die das erst. Stimmt, stimmt, du hast recht, das ist mir gar nicht so aufgefallen, ja. Ja, ja, das stimmt, das, das verrät ihn an der Stelle. Ja, weil, weil er ist ja nicht der Rattenfänger, ne, das ist ja der andere. Ein, ein Bild fand ich dann sehr toll, also diese Zofe verschwindet dann ja relativ schnell, weil die irgendwie schon was riecht und, äh, er zieht dann sein Messer und ich, ich, ich fand das irgendwie ein geiles Bild, wie diese Fackel über den Boden rollt. Irgendwie war das cool. Ich weiß auch nicht vom Licht her vielleicht. Auf jeden Fall ist die weg. Also der findet die auch nicht mehr, aber er hört dann seinen Kumpan in einem anderen Gemach, geht hinterher und dort sieht er dann eben Käse und der hat nichts Geringeres am Schlawittchen als die Königin Helena mit einem Messer an ihrer Kehle. Jetzt ist so die Frage, habt ihr euch denken können, was noch kommt oder habt ihr gedacht, dass die jetzt vielleicht auch schon über die Klinge springen darf, fortwörtlich? Ja, ich hatte mich, ich war noch damit beschäftigt, muss ich sagen, zu verstehen, suchen sie jetzt noch Aiment oder haben sie schon gecheckt, dass er nicht da ist und sie, keiner, suchen jetzt halt irgendwie weiter oder versuchen irgendwie was anderes, war mir zu dem Zeitpunkt so in meinem Kopf noch gar nicht so richtig klar. Da hätte jetzt, weiß ich nicht, von mir aus alles mögliche passieren können, aber wenn sie natürlich schon von jemandem entdeckt werden, wäre ich jetzt erstmal nicht davon ausgegangen, dass die Person da lebend rauskommt, muss ich sagen. Der wollte ja zum, vor allem auch schnell zum Schweigen bringen eigentlich, ne? Also diese, diese Zofe. Genau. Ich habe immer damit gerechnet, dass die Fackel, die man rollen sieht, aber dann gar nicht, ich hatte nicht mitgekriegt, dass die ausgegangen ist, ich dachte, die setzt jetzt eh alles in Brand und dann hauen die ab, weil dann sowieso dann überall brennt und dass dann gar nichts passiert quasi und sie mit leeren Händen zurückkommen. Das ist das, womit ich immer gerechnet hatte, dass das Chaos ausbricht und sie das zur Flucht dann nutzen und dann niemanden umbringen und als sie die dann befragt haben, dachte ich auch immer, hä, von was reden die, also, also, hä, ihr habt doch ganz klare Anweisungen, ihr kriegt wieder Ausschau und ich dachte auch erst, sie fragen sie, wo Aamon sich befindet oder in welches Zimmer die gehen müssen, bis ich dann erst geschnallt habe, ne, ne, die meinen jetzt tatsächlich die zwei Kinder da im Bett. Da war ich total verwirrt. Ja, ich habe gar, ich habe nicht verstanden, ob sie dumm sind, also im Sinne von, ich, sie suchen, denken immer noch, eine von den beiden ist Aamon oder ob ich irgendwas nicht verstanden hätte. Ja, genau, ich dachte auch erst, die sind, die haben nicht kapiert, dass es um einen Erwachsenen geht und dann habe ich gedacht, okay, und selbst wenn es kein Erwachsener ist, erst dachte ich, sie fragen sie, okay, wer von den beiden hat nur ein Auge, vielleicht haben sie gesagt, ich dachte erst, die denken, weil die Kinder ja schlafen, dachte ich, die sehen nicht, wer von den beiden auf einem Auge blind ist und deswegen fragen sie die, weil sie nicht wissen, dass sie einen Erwachsenen suchen und weil sie denken, dass das beides ja Jungs sind und sie wollen von der Mutter nur wissen, wer von den beiden hat nur ein Auge, weil sie das nicht sehen können bei den schlafenden Kindern. Das dachte ich die ganze Zeit. Das ist ja noch eine richtig schlaue Überlegung, ja. Also ich hatte, ich hatte, also es ist ja so, dass hier der Blut, der maßregelt ja eigentlich Käse von wegen, ja sieht das für dich aus wie ein verdammter Sohn. Wir haben die, wir haben den Auftrag, einen Sohn für einen Sohn und die liegen dann aber praktischerweise in den Betten und Käse schlägt dann vor, ja komm, wir holen uns jetzt den Kopf und verschwinden. Also sprich, das ist dann wirklich so, ja, ersatzweise eigentlich. Ich glaube, ich glaube, die hatten Angst, mit leeren Händen zu dämen zurückzugehren. Das Hindernis ist dann allerdings für die beiden und das war, also ich fand es fast ein bisschen ironisch, denn die Kinder sehen halt alle gleich aus und sie können nicht mal aus, also die hat ja glaube ich drei Kinder. Die hat, ähm, zwei, äh, hier Zwillinge, also Jaehaerys und Jaehaera und dann noch Mählor, der ganz jung ist und, äh, die können aber nicht auseinanderhalten, was Männlein und was Weiblein ist und sagen dann auch so, ja, halt auch schon nach einem Pimmel und Käse ist dann aber auch sehr skrupellos, weil der droht dann halt Helena, wenn sie, wenn sie nicht pariert, dann wird er sie alle ausbluten lassen, also wirklich alle Kinder. Ja, sie, äh, hat dann, die hatte auch schon eine Wunde am Hals, das sieht schon echt übel aus, ähm, aber die ist auch, die ist so, äh, eingeschüchtert, dass die irgendwie ihnen dann auch eine Halskette anbieten will, von wegen, die ist viel wert, aber nee, das ist kein Sohn und dann zögert sie erst, weil sie soll ja irgendwie jetzt, äh, äh, einen ihrer Söhne aussuchen, deutet dann auf einen, äh, Blut will den, will dann halt sein Tagwerk vollziehen und sagt dann aber, ja, aber halt, nee, sie würde doch niemals den Thronfolger preisgeben und Käse ist dann aber der Überzeugung, dass sie die Wahrheit sagt, ja, und dann tun die, was sie tun wollen, die, äh, halten den Jungen fest, der schreit, Helena, äh, läuft wie auf Rollen zu ihrem anderen Kind, nimmt es schnell auf den Arm und, äh, äh, verdünnisiert sich aus dem Zimmer und wir sehen zwar nicht, was davon statten geht, aber wir hören es. Doch, man sieht das schon auch so ein bisschen. Was? Oder, ach so, ach, du meinst, was im Kinderbett passiert, ja. Genau, richtig, äh, also wir, wir hören es und, äh, wow, war das unangenehm. Ja, das ist irgendwie wieder so ein, einer von so Game of Thrones Momenten, ne, wo man so denkt, ja, okay, ist jetzt schon, ja, was ich sehr irgendwie bemerkenswert, oder hat mich jetzt nicht irgendwie verwundert, aber Helena war schon sehr gefasst und hat richtig so rational ja einfach irgendwie so ihr Ding noch abgespult, dass sie dann halt noch das zweite Kind genommen hat und weggerannt ist und ich hab so gedacht, boah, das ist schon, ja, irgendwie hätte ich, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie man reagiert und ich will es auch nicht wissen, aber das fand ich schon sehr rational in dem Moment. Ich fand es ein bisschen verwunderlich, dass sie wirklich null versucht hat, beide zu retten, und das, aber vielleicht war sie wirklich so schlau zu erkennen, dass ihr das eh nicht gelingen wird. Ich mein, physisch hat sie ja keine Chance, so, ne? Nee. Aber, ja. Und die sind ja auch bewaffnet, das muss man auch bedenken, ne, also, wobei, man muss ja sagen, die haben, die haben sie ja einfach gehen lassen, ne, also. Aber ich mein, das ist ja auch die, eigentlich die Königin, warum wird die denn nicht bewacht? Also, wo waren die Wachen? Das ist eine gute Frage. Ja, gut, wenn man einfach so in den Thronsaal spazieren kann, dann. Ja, da kann man auch in den Turm der Hand, aber, ja, gut, das ist in der Vorlage auch tatsächlich ein bisschen anders, weil da lauern die im Turm der Hand Alicent auf, fesseln die, töten die Magd von der und lauern dann Helena auf, weil Helena ihre Kinder jeden Abend, glaube ich, bei Alicent abgaben, also irgendwie zur Betreuung oder was, und das ist dann da schon ein bisschen anders. Und da ist es auch so, dass die, äh, ihren jüngsten Sohn Melor auswählt, der halt wirklich noch ganz klein ist, also die, die stellen die ja vor, die war von wegen, such dir einen deiner Söhne aus, der sterben soll, töten die natürlich genau den, den sie nicht ausgewählt hat, nehmen den Kopf mit und, äh, die ist dann, also im Buch wird, glaube ich, beschrieben, die verliert völlig den Verstand, äh, durch, durch diese Begegnung. Ich bin mal gespannt, was da noch kommen könnte, also da war auch in der, in der zweiten Folge habe ich ja auch schon was gesehen, ähm, aber die ist ja generell so ein bisschen merkwürdig irgendwie auch, ne, es, es kann auch sein, dass die da wirklich nur funktioniert in diesem Moment und, also die hat zwar schon registriert, was passiert ist, aber Trauma kommt noch so. Ja, sie fühlt sich ja natürlich auch in ihrer Prophezeiung bestätigt, die sie ja am Anfang getroffen hat, ne, dass sie mehr Angst vor den Ratten hat und jetzt sind die Ratten ja quasi da. Ja. Und ich hab das Gefühl, dass sie, dass sie das jetzt vielleicht stärker macht, auch den Einfluss gegenüber von, äh, gegen Aegon zu sagen, hier, ich hab's ja ja gesagt, später irgendwann mal, keine Ahnung, ne, um da auch mehr Einfluss zu kriegen und mehr Mitbestimmung zu bekommen oder mehr Gehör zu kriegen. Ja, das ist schon möglich. Also, äh, jedenfalls flüchtet sie dann, einmal weiß die, glaube ich, gar nicht genau, wo sie hin will, aber die geht auf jeden Fall, äh, die Treppen runter, landet dann irgendwann, also die hat ihr Kind auf dem Arm, die, die rennt jetzt nicht, aber die geht doch relativ schnell und landet dann im Gemach von Alicent und, äh, ja, äh, die vergnügt sich gerade mit Ser Criston. Gab's ja nicht, ist das wohl das letzte Mal jetzt, jetzt aber wirklich zum letzten Mal. Das letzte Mal jetzt aber wirklich. Ja, jetzt, also, äh, also das ist das letzte Mal, also wirklich, ey, das ist so, ja, ähm. Und jetzt reiht. Ja, endgültig. Irgendwann hat er sie dann geschwängert und dann, dann ist es aber wirklich das letzte Mal, so. Auf jeden Fall, äh, ja, die sind auch einigermaßen perplex, als die plötzlich mitten im Raum steht und sich dann aber so fast geistesabwesend in die Ecke setzt und dann, äh, nur noch rausbringt, sie haben den Jungen getötet. Ich muss sagen, da hat hier auch eine etwas, die hat da auch so eine, so eine pragmatische Tonlage in dem Moment, ne. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch den Reaction-Shot von, von Alicent, die irgendwie gar nicht weiß, wie ihr gerade geschieht oder wie sie da irgendwie wirklich drauf reagieren soll. Und Abspann, ich weiß gar nicht, ich, ja, ich hatte es ja groß angeteasert, aber, also habt ihr, habt ihr so eine Szene kommen sehen oder hattet ihr gedacht, dass die noch mehr Impact hätte für euch vielleicht? Ich hatte gar nicht damit gerechnet, als, äh, als Reina sagt, sie will, äh, Amon haben quasi, hätte ich nicht damit gedacht, dass dieser Komplott in dieser Folge noch stattfindet. Ich dachte, okay, das ist das jetzt, das wird uns jetzt die nächsten Folgen begleiten, wie sie versuchen, den zu kriegen. Aber dass es schon direkt innerhalb der Folge noch passiert mit Eindringen und, äh, jemanden ermorden und sowas, das, das war schon echt richtig schnell, tatsächlich. Ich hatte gedacht, äh, da passiert nicht mehr viel. Ich war überrascht, dass, dass es so weit fortschreitet direkt. Ja, hatte ich jetzt, hatte ich auch nicht, also mit der Szene auf gar keinen Fall gerechnet und auch, ja, dass es dann so in Anführungszeichen schnell geht, aber es war jetzt nicht überhastet oder so, ne? Und ich denke mal, ich weiß ja nicht, was kommt, aber dass halt genau solche Momente halt im Moment einfach jetzt dazu führen, dass irgendwann ist das Fass halt übergelaufen auf beiden Seiten und es eskaliert halt komplett. Äh, und dafür, weiß nicht, ob das jetzt der eine Moment war. Ich vermute mal, dass sich das schon in der Staffel irgendwie noch ein bisschen weiter aufpeitscht so. Aber dass das auf jeden Fall am Anfang irgendwie auch so ein bisschen zumindest Zug hat in der Richtung ist halt jetzt auch ganz gut, was das angeht, ne? Ja, man wird's, man wird's sehen. Also da ist auf jeden Fall, ja, es ist jetzt so Auge um Auge, Sohn um Sohn, ne? Ähm, aber es ist schon wirklich, also Blut und Käse, das ist schon verdammt grausam. Also die, die konnten das ja auch wirklich nur noch so indirekt zeigen, weil das ist ja wirklich, das, das, das hätte ja sämtliche Grenzen gesprengt dazu zeigen, wie ein Kind geköpft wird. Äh, oder ja, nicht mal geköpft, sondern Kopf abgesäbelt wird und dann auch noch, äh, als, als, äh, als Beweis rumgeschleppt wird. Äh, ja, ich, ich muss dazu sagen, ich hatte, ähm, ich mein, ich wusste ja, dass das kommt und ich hatte es ja auch groß angeteasert und ich muss sagen, es hatte, die Szene an sich fand ich, fand ich auch sehr gut, ich fand es auch sehr atmosphärisch, wie die da in den Turm eindringen und so weiter, aber es hatte, es hatte nicht so ganz so den Impact, was auch vielleicht daran liegt, dass man Helena als Figur nicht so richtig kennt und ihre Kinder, äh, ja gut, J. Harris hat man halt einmal bei dieser Ratssitzung gesehen, aber davor auch nicht so richtig, ne? Also, so richtig emotional, äh, äh, hat es jetzt nicht so funktioniert, weil ja die Macher auch schon meinten, äh, dass das eine Schockszene sein könnte, die schon so, äh, Reaktionen hervorrufen könnte wie damals die Rote Hochzeit. Also, da würde ich mich jetzt nicht anschließen. Nichtsdestotrotz fand ich's schon, das ist schon eine verdammt unangenehme Nummer. Also, allein schon die, die, die auch, auch die, ähm, wie die da mit Sound arbeiten an der Stelle. Ich war dafür, wie gesagt, einfach auch zu verwirrt, weil ich immer noch dachte, Mann, was sind die dumm. Die, die halt, die holen den Falschen, die holen den Falschen. Dachte ich mir, was soll das jetzt, was soll das jetzt? Ja, ich wollte's auch grad sagen. Ja, die haben halt auf eigene Faust gehandelt, ne? Weil sie, äh, also ich, ich, ich kann's so, die wollten nicht mit leeren Händen zu Damon zurückkehren, weil er ihr wahrscheinlich, denen wahrscheinlich, wer weiß, was angedroht hat. Ja, aber ich, ich glaube, was dadurch dann halt ist, ist, dass jetzt so beim Zuschauer einfach dieser, man war halt, der Kopf ist halt irgendwie am Rattern bei mir gewesen und ich denk so, warum passiert das gerade? Ne? Und gleichzeitig passiert diese Szene halt und die ist so, ja, da, da kann man sich da nicht voll drauf einlassen, klingt ein bisschen falsch in dem Moment, aber man ist noch abgelenkt einfach im Kopf, ne? Und sie kann vielleicht einfach noch nicht so ganz wirken. Ja. Und, ja, vielleicht deswegen so, dass, äh, dass da einfach so ein bisschen... Die kann auch deswegen nicht wirken, das darf man gar nicht vergleichen mit The Red Wedding, weil, weil da waren ja Leute dabei, die man ja über mehrere Folgen irgendwie ins Herz geschlossen hat. Ja. Hier, also das Kind war mir egal und jetzt, wo ich weiß, dass es dieses Hop-Hop-Reiter-Kind ist, ist es mir noch mehr egal, da bin ich fast froh, dass der Schauspieler nicht mehr dabei ist. Okay, ja, dann kann er nicht mehr in die Kamera gucken. Und... Jetzt mal Butter bei die Fische hier, so. Ja. Man hat das Kind ja, weiß nicht, vorher kurz gesehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann ist das natürlich so ein bisschen... Jetzt weiß man natürlich, warum es vorher in einem kleinen Rad eingebaut worden ist, damit man es mal gesehen hat, bevor es umgebracht wird. Ja, eindeutig, ja. Aber die waren mir alle egal. Ich gebe gern zu Protokoll, äh, David ist derjenige von uns, der auch Vater ist. Ja, aber ich hasse andere Kinder. Oh Gott, ja, oder solche, die irgendwie mit Kugeln rumspielen, wenn sie eigentlich zuhören sollen. Ja. Ja, Mensch, wir sind durch. Ähm, ich würde sagen, wir fällen noch jeder so ein kurzes Fazit zu der gesamten Folge. Und dann machen wir auch den Deckel druck. Ähm, Manuel, ich lasse dir den Vortritt. Ähm, das ist sehr nett. Ich fand, also ich bin wirklich, muss ich sagen, jetzt gerade voll drin. Ich finde es richtig, es hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, und alles, was ich so, weil ich so das Gefühl habe, okay, jetzt, ich habe jetzt, das Setting ist da, wir können die erste Staffel, ja, im Grunde hinter uns lassen. Und wir wissen jetzt, okay, es arbeitet alles irgendwie auf einen, wie auch immer gearteten Krieg zu. Und man merkt, alles spitzt sich zu und überall werden nochmal Schachfiguren jetzt formiert. Und das ist auch alles vollkommen okay für eine erste Folge. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich hoffe, dass es jetzt nicht sieben Folgen dauert, bis es irgendwie nochmal so richtig losgeht. Nein, nee, nee, nee. Oder sagen wir, es ist wahrscheinlich die vorletzte Folge, es sind ja jetzt nicht zehn, darum ist die Frage, welche wird so die, die eine Folge. Aber das Intro ist geil. Die Schauspieler, die ganze Ausstellung, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist alles nach wie vor absolute Top-Notch. Und ich habe das Gefühl, wo wir ja noch nicht drüber geredet haben, dass sie hier echt nochmal eine Nummer draufgelegt haben im Vergleich zur ersten Staffel. Und ich hoffe, dass es nicht nur daran liegt, dass es jetzt die erste Folge ist und die halt super gepolished ist. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das fände ich alles wirklich absolut nochmal ein Level über der ersten Staffel. Ja. Und gerade was dann die Drachen angeht, als man die gesehen hat, da habe ich halbe Luftsprünge gemacht. Das sah absolut toll aus und dass sie sich da eben auch trauen, das so, ja, Beitag und wie auch immer explizit zu zeigen. Also ich bin sehr drin und bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das klingt doch super. Ja, David, gerne. Mir geht es da sehr ähnlich. Ich fand die erste, für eine erste Folge fand ich das wirklich sehr gut. Es hatte das, so das richtige Maß an Einführung, das richtige Maß an Wiederaufnehmen und nochmal so einsortieren, wer es wäre. Und man hatte genug Zeit, wieder zu verstehen. Ach ja, genau darum geht es. Der ist mit dem. Die ist die. Ach, den gibt es auch noch. Und gleichzeitig auch Fortführung, also dass es nicht nur rein Wiederholung war, so ein kleiner Recap, sondern auch der Faden wurde schon weitergesponnen. Ich war auch begeistert von den Effekten. Ich glaube, die haben jetzt so, vielleicht die erste Staffel war vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen ausprobieren, weil sie nicht wussten, okay, wird das nochmal angenommen, wird das nicht angenommen. Jetzt haben sie geschnallt, okay, die Leute wollen das nochmal. Wir können da Budget reinbuttern. Ich habe nur ein paar Recaps angeguckt auf YouTube, jetzt nicht nochmal alles angeguckt, sondern nur so Zusammenfassungen. Und da waren so ein paar Szenen drin von der ersten Staffel, wo ich dachte, ah, das sah mir dann auch wieder so aus, als wäre das vor so einer LED-Wand gedreht worden, so paar Sets irgendwie. The Volume. Wie man das ja von dir genau, The Volume irgendwie, wie man das von diesen ganzen Star-Wars-Serien kennt. Und da hatte ich dann die Befürchtung nach den Recaps, dass wir das ganz oft jetzt auch sehen werden bei The House of Dragon, hier in der zweiten Staffel. Aber ich konnte keine Szene ausmachen, bei der ich das Gefühl hatte, das wirkte irgendwie total unecht. Ich fand die Sets geil und war auch erstaunt, dass die Drachen schon so gut ausschauen. Und ja, ich freue mich tatsächlich, wie es weitergeht. War ein bisschen überrascht, als dann teilweise schon wieder fast zu schnell voranging, dann eben mit diesem Komplott am Ende. Hab ein bisschen Angst, dass es so eine Filler-Staffel wird. Und, dass sie da jetzt eher so Side-Plots, ich weiß nicht, kommt keine mehr? Nein, das wird keine Filler-Staffel, also die haben zwei Schlachten angekündigt. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass sie jetzt so ein paar Side-Plots aufmachen, jetzt nur noch hier Kind gegen Kind und bevor der ganz große Krieg kommt. Aber wenn der jetzt in dieser Staffel noch kommt, dann bin ich sehr gespannt. Und vielleicht, bevor du das letzte Wort ergreifst. Danke an dich. Ich bin hier so der gemeine Zuhörer, glaube ich, zusammen mit David, weiß ich nicht, aber ich fand es wirklich mega aufschlussreich und ich finde es ja auch immer toll, die Recaps zu hören. Und jetzt ist man mal in einem dabei und macht selber mit und mein Kopf raucht. Aber ich finde es sehr aufschlussreich und ich hoffe, dass den Hörern und Hörerinnen das auch so geht. Ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen, oh, es ist jetzt echt lange geworden. Ich bin mal gespannt, wie lange dann in der finalen Version, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch da draußen aber auch Spaß gemacht. Ihr dürft uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Folge gefundet. Mein kurzer Abriss dazu ist, ja, eine Folge, die bei mir beim zweiten Mal nochmal gewachsen ist. So einige Nuancen habe ich dann nochmal wahrgenommen. Ist für mich tatsächlich eine relativ typische Auftaktfolge, die aber halt mit einem kleinen, aber fiesen Knall endet. Es ist natürlich sehr viel Setup auch wieder, aber von Produktionswerten her kann ich mich wirklich anschließen. Das Schauspiel fand ich vor allem teilweise wirklich richtig grandios. Ich sage nur Emma Darcy und von der Inszenierung her auch top von Alan Taylor. Schöne Kameraarbeit und bin jetzt sehr gespannt, insbesondere weil heute reingerauscht ist, dass wir noch zwei Folgen vorab kriegen, aber ja gut, wir haben jetzt 23 Uhr, aber letztes Mal habe ich sie auch so spät geguckt. Mal gucken, was noch ist. Lirum Larum, sehr gute Auftaktfolge, sehr stimmungsvoll und ich freue mich auf weiteres. Ich würde mich auch freuen, ja, euch beide oder zumindest einen von euch beiden hier nochmal begrüßen zu können. Wir haben ja dann noch einige Folgen vor uns und auch mit wechselnden Gästen. Ansonsten, ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, teilt uns, verbreitet uns, schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir vielleicht übersehen haben könnten, was ich vielleicht übersehen haben könnte. Generell eure Gedanken, Interpretationen, alles gerne in die Kommentare. Uns gibt es ansonsten überall, wo es Likes gibt, also den Tele-Stammtisch natürlich auch und damit würde ich sagen, sind wir raus. Ich verabschiede mich mit einem, ja, etwas ermatteten Valamorgulis. Ciao, ciao. Und wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt oder der Dom irgendwo Quatsch interessiert hat, dann kommt auf unseren Discord-Server, den wir jetzt haben. tele-stammtisch.de-discord. Tschüssi. Tschüss, macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.